Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic the Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin Martin. Heute schlagen wir das Regelwerk zum Dungeons & Dragons Magic Crossover Set auf. Wir haben uns in der Taverne nochmal gründlich ausgeschlafen, beim Händler Verpflegung gekauft und fleißig unsere Skills trainiert. Magic's coming home und kehrt mit dem neuen Set zu seinen Wurzeln zurück. Ob auf dieser Reise Altbackenes neu aufgewärmt wird oder alte Rezepte neu entdeckt werden, das besprechen wir jetzt in der Tasty MTG Set Review von Abenteuer in den Forgotten Realms. Los geht's! Moment, Moment, Moment. Das müssen wir schon richtig machen. Also, wenn du eine 1 bis 9 würfelst, dann geht's los. Okay. Wenn du aber eine 10 bis 19 würfelst, dann müssen wir nochmal neu anfangen. Und bei einer 20 endet die Folge sofort an dieser Stelle. Drei. Puh, los geht's! Hallo Martin, ich bin ja froh, dass wir es geschafft haben, diese Folge zu starten, ja. Nicht auszudenken, wenn wir jetzt im ewigen Loop des Anfangs dieser Folge hängengeblieben wären oder das ganze Ding hätten beenden müssen. Ja, Gott sei Dank. Und ja, ich bin auch froh, dass wir diese Folge machen können, denn ich hab so Bock auf dieses Set, du kannst dir das gar nicht vorstellen. Mensch, Magic und D&D merchen zusammen zu einem neuen, nie dagewesenen Ungeheuer von Set. Und wir werden uns das mal ganz genau unter die Lupe nehmen, würde ich sagen. Genau, wir gucken uns wie immer die Welt an, die Story, die Mechanismen, erzählen ein bisschen Anekdoten aus der Gründerzeit von Magic und verleihen wieder unsere Awards. Ich hab das Gefühl, es wird um Dungeons und einige Drachen auch noch dazugehen. Das Gefühl hab ich auch. Doch jetzt erstmal Vorspeise, würde ich sagen. Na dir wird? Ich hab schon was Kühles vorbereitet und zwar so Gallertwürfel zum Anpieksen. Ah, das ist eine Karte in dem Set, ne? Hängt so ein bisschen zwischen den Zähnen, aber eigentlich ganz frisch an so einem warmen Tag. Das Ding sieht relativ fest aus. Ich frag mich, ob es noch wabert und ob die Viecher, die da drinnen eingefangen sind in diesem Ous, also diesem, was ist Ous gleich nochmal im Deutschen? Schlammwesen. Schlammwesen, genau. Ob die sich rausbewegen können. Und ich frag mich, warum das so perfekt würfelförmig auf dieser Karte erscheint. Ob das vorher in eine Form gegossen wurde oder ob dieses Ding einfach würfelförmig durch die Lande zieht. Man weiß es nicht so genau. Ja, da hat jemand gut gewürfelt. Aber bevor wir zu D&D und Adventures und Abenteuer in den Forgotten Realms und den Vergessenen Reichen kommen, noch kurz ne kleine Vorspeise. Und das ist ein Nachtrag zur letzten Episode, wo wir die Top Ten, die Tasty Top Ten durchgegangen sind zum Set Modern Horizons 2. Und mittlerweile konnte ich ja Modern Horizons 2 draften. Martin, du warst leider nicht dabei. Warum warst du nicht dabei? Weil ich nicht auf eurem Floß war. Selbst gewählt im Exil. Aber nächstes Jahr. Großartig. Also in unserer Playgroup ist es so, wir fahren einmal im Jahr mit dem Floß weg und draften dann auf dem Wasser irgendwo ein McPom und zocken Commander und alles, was uns so pauper und was uns irgendwie in die Finger kommt. Könnt ihr uns gern mal teilen, was ihr so macht. Ich hab auch schon gehört von Draft-Wochenenden in Polen und anderen illustren Sachen, wo ich auch sehr, sehr gern dabei wäre. Jedenfalls waren wir weg auf dem Wasser und haben Modern Horizons 2 getraftet. Und ich hatte ja Modern Horizons 2 den Draft, die Draft-Archetypen sehr, sehr hoch bewertet. Die waren auf Platz zwei der Tasty Top Ten. Ich möchte ganz kurz noch einwerfen. Vor drei Jahren, nee, doch, vor zwei Jahren, war ich ja mit auf dem Fluss und haben wir Modern Horizons 1 getraftet. Und das hab ich wirklich noch in sehr guter Erinnerung, hab ich ja gesagt, dass ich da sehr viel Spaß hatte, weil wirklich diese Archetypen so toll waren. Und bin jetzt natürlich gespannt, wie es jetzt dieses Jahr auf dem Wasser war. Das war auch ziemlich cool, muss ich sagen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das aufzumachen. Spoiler, wir haben null Value gezogen. Die teuerste Karte, die wir gezogen haben, war 3,50 Euro wert. Wirklich, von allen. Wir haben also zu sechst getraftet. Das war sehr, sehr enttäuschend. Kein einziges Fetchland oder irgendetwas. Aber Geist, ist nicht Freundschaft der größte Preis von allen? Nicht beim Draften. Mein Opa hat immer gesagt, beim Spiel ist sich jeder selbst der Nächste. Ähm, da wurden auch die biblischen Regeln außer Kraft gesetzt. Ähm, das ist natürlich nicht ganz so. Wir hatten sehr viel Spaß in der Gruppe. Aber dadurch, dass wir kein Value gezogen haben, war es dann auch nicht so ein Ding von, uh, das muss ich jetzt irgendwie, ähm, muss jetzt sehr gut sein, damit ich am Ende das Fetchland picken kann oder irgendetwas. Sondern es ging wirklich einfach darum, okay, drafte die besten Karten für dein Deck und guck, wie gut du damit spielen kannst. Und ich habe ein Plus-1-Plus-1-Counter-Deck getraftet. Ähm, auch mit ein paar Bausteine-Synergien drin, Modular. Das hat viel Spaß gemacht. Aber ich muss sagen, ähm, ich habe ja, ähm, den Draft von Modern Horizons 2 oder so hoch bewertet in unserer Tasty Top 10, weil die Draft Archetypen bei Modern Horizons 1 so sehr ausgefallen waren. Und jetzt muss ich das, ja, nicht relativieren, aber so ein bisschen verändern mein Urteil. Denn die Draft Archetypen bei Modern Horizons 2, die sind eigentlich relativ simpel, ne? Man hat irgendwie diese Madness, Karten abwerfen, Effekte, ähm, Plus-1-Plus-1-Counter. Also alles so Dinge, die man eigentlich sehr gut kennt. Bei Modern Horizons 1 war es so, dass da Archetypen dabei waren, die sehr ungewöhnlich waren, äh, die mich überrascht haben. Creature Fall, also, ne, eine Belohnung für, ähm, Kreaturen, die ins Spiel kommen. Oder Länder im Friedhof, die pushen plötzlich Kreaturen, die im Spiel sind und so weiter. Ähm, und diesmal ist es ein bisschen anders. Diesmal sind die einzelnen Karten super komplex, ne? Wir haben ja diese tausenden Mechanismen da drin, diese tausenden Keywords und Keyword-Abilities und alles. Ähm, aber sehr, sehr, ja, Basic-Draft-Archetypen, die das Ganze ganz gut zusammenhalten. Wo es bei Modern Horizons 1 für mich gefühlt ein bisschen andersrum waren. Da waren die Karten, viele, viele der Karten relativ basic und simpel, simplär, ne? Weil es auch nicht ganz so viele Reprints gab, gefühlt zumindest gerade, äh. Und, ähm, aber die Draft-Archetypen, die waren sehr, sehr verrückt oder was sich daraus ergeben hat. Und, ähm, das fand ich erstmal interessant, weil das in einer unerfahreneren Spielerunde oder eine, die es jetzt auch lange zum Draften nicht getroffen hat, für einen sehr, sehr langen Draft gesorgt hat. Kleiner Minuspunkt, ja. Aber dann für relativ flüssige, flüssige Spiele gesorgt hat. Und das war wiederum ganz cool. Allerdings, ja, die Draft-Archetypen würde ich im Nachhinein in der Tasty Top 10 nicht mehr ganz so hoch bewerten, weil sie eben nicht ganz so ausgefallen sind. Spaß gemacht hat es trotzdem, weil man einfach die einzelnen Karten, die man sieht, sehr ausgefallen sind. Und weil man immer sehr genau hinguckt, hey, was spielt mein Gegner da, meine Gegnerin? Ähm, was macht der da? Und das Token Sacrifice Deck, das Token, also Squirrels und Schwarz-Grün und Schwarz-Grün-Blauen Kombination, ähm, das fand ich ganz cool. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, dagegen zu spielen. Ähm, ja, das, das wollte ich nochmal kurz loswerden. Einfach so als Nachtrag. Ähm, schildert uns gern eure Erfahrungen vom, vom Draft. Bitte teilt uns das, ähm, gern auf Twitter unter at tasty-mtg oder auf unserer Website könnt ihr unter der Episode einfach mal einen Kommentar hinterlassen. Würde mich wirklich interessieren, was habt ihr gedraftet? Hat euch das Spaß gemacht? Welche Probleme gab's in eurer Playgroup? Äh, was hat sehr gut funktioniert? Teilt es uns. Würdest du es nochmal draften? Unbedingt. Schon allein, um ein bisschen Value zu ziehen, ähm, weil der macht's ja dann schon auch spicy, ne? Wenn du dann irgendwie, ähm, ein paar, paar Karten drin hast und, also es gab natürlich auch trotzdem spicy Karten, ne, wir hatten Garth gezogen, ne, diese fünffarbige, legendäre Kreatur, ähm, die war aber halt im dritten Pack. Da hat dann keiner mehr auf fünffarbig geschwenkt, so, das ging einfach nicht mehr. Ähm, ja, also, es hat sich irgendwie am Ende so ergeben, dass es ziemlich spannende, coole Decks waren. Das schwarz-weiße Reanimator-Deck hatten wir irgendwie drin, ähm, wo man eben Kreaturen aus dem Friedhof zurückholt und das Plus-Eins-Plus-Eins-Counter-Deck und das Token-Deck und das sind so Sachen, die kennt man irgendwie, aber weil sie mit so vielen ganz special, ja, und ungewöhnlichen Karten erstellt werden, ähm, geben diese Draft-Archetypen einen ganz guten Halt, um dieses, diese Vielzahl von unterschiedlichsten Karten gut zusammenzuhalten. Das funktioniert gut, aber die Draft-Archetypen, die ich beim Tasty Top Ten so hoch bewertet habe, die würde ich nicht mal so hoch bewerten, weil sie eben einfacher sind, beziehungsweise in diesem Set auch so einfach sein müssen. Punkt. Ist ja auch schon ein ganz altes Set, also das, das können wir jetzt auch, ähm, gedroht ad acta legen, denn, ähm, jetzt gibt's ja schon wieder, das ist das nächste neue Set und da freuen wir uns jetzt auch drauf, da mit euch drüber zu sprechen zu können, beziehungsweise mit uns beiden erstmal. Yes, lass uns zur Hauptspeise übergehen. Was, was haben wir denn da, was gibt's denn da zu essen? Ich meine, der Gallertwürfel, der war ja mit einem Habs weg. Hm, der jetzt gibt's was, da kaust du ein bisschen länger dran, das ist Edelsteinsuppe auf Xornart. Ganz kurze Frage, Geis, ähm, weißt du, wer Hermann von Goch ist? Goch? Also so wie Van Goch? Nee, Hermann von Goch? G-O-C-H? Ja. So wie Koch, nur auf Sächsisch? Äh, nee, ich hab keine Ahnung. Den kennt heute keiner mehr, deutscher Kleriker und Geschäftsmann aus Köln und, äh, war Millionär aus Kaiserwert. Ein sogenannter vergessener Reicher. So, kommen wir jetzt, aber, kommen wir jetzt aber zum Set. Ach, es ist, hab ich dir eigentlich gesagt, dass es mir sehr viel Spaß macht, mit dir diesen Podcast zu machen, schön. Allein wegen der vielen schlechten Wortspiele. Ach, klasse. Nee, ähm, großartig, schön. Nee, genau, wir sind nämlich in den Forgotten Realms. Und sonst wird ja bei Wizards alles ins Deutsch übersetzt, auf Gedeih und Verderb. Ja. Aber hier nicht. Hier heißt das Set tatsächlich, Abenteuer in den Forgotten Realms. Und nur auf Arena heißt's, äh, Vergessene Reiche. Und es gibt ja auch Vergessene Reiche, den Begriff im Deutschen. Äh, ich hätt's auch gut gefunden. Warum Forgotten Realms? Also, ne, das ist irgendwie klar, die meisten wissen, was das heißt. Aber die, also, ne, warum nicht einfach das Ding übersetzen? Ist das so ein dastehender Begriff Forgotten Realms, dass man den irgendwie nicht anfassen darf? Also, ich kenn den sowohl im Englischen als auch im Deutschen. Aber, ähm, was jetzt hier dazu bewogen hat, den englischen Begriff durchzuziehen und Abenteuer zu übersetzen, keine Ahnung. Ja, das ist das D&D-Set, das Dungeons & Dragons-Set. Und da wirst du uns gleich was dazu erzählen, was denn das eigentlich mit Magic zu tun hat und worum's da die Überschneidung gibt. Mhm. Davor aber wie immer ein bisschen Statistik haben wir uns rausgesucht. Zum fluckigen Einstieg. Zum fluckigen Einstieg. Ein bisschen Statistik. Denn, ähm, genau, ich hab ein bisschen was vorbereitet oder ne Frage an dich. Ja. Ja. Als letztes Jahr gespoilt. Mitraten für alle. Genau, als letztes Jahr ja gespoilert wurde, dass, äh, was die Sets von 2021 sind, da gab's ja schon den Hinweis auf das D&D-Set. Und als wir nach Sendika gekommen sind, da gab's ja die Party-Mechanik oder den Party-Mechanismus. Den Party-Mechanismus. Und, ähm, da hat man ja schon gesehen, ah, okay, das sind so Kreaturentypen, die hier wichtig werden, die ja auch im Dungeons & Dragons, im Rollenspielumfeld, eine gewisse Relevanz haben. Also, genauer gesagt, Räuber, Zauberer, Krieger, Kleriker. Mhm. Und meine Frage jetzt an dich, wer jetzt, ähm, so rein gefühlsmäßig, was du jetzt von dem Set kennst, was du vielleicht auch noch von Sendika erinnerst, wo würdest du sagen, waren denn mehr Räuber, Zauberer, Krieger und Kleriker drin? In dem Dungeons & Dragons-Set jetzt oder in Sendika? Na, in dem Set, wo die, wo der Party-Mechanismus drin war, oder? Ja. Also in Sendika Rising. Und zu einem ganz krassen Anteil, also ich hab's, ich hab's rausgesucht, ähm, es waren zum Beispiel neun Räuber drin, äh, neun Räuber sind jetzt in Adventures, äh, Forgotten Realms und 26 waren in Sendika. Ja, ja, wir haben ja immer so die Abenteurer-Gruppe in den Illustrationen abgebildet, ne? Ja. Ähm, ja, jetzt, jetzt, wo man eigentlich die Party gründet und jetzt in den Dungeon ziehen könnte mit der Party, äh, gibt's eigentlich noch ganz vereinzelt Party-Mitglieder aus diesen vier Gruppen. Also es gibt natürlich noch andere Gruppen und es gibt wieder neue Kreaturen-Typen, äh, kommen wir ja später auch noch drauf, aber das fand ich mal so ganz interessant, wie, wie dann doch die Verbindung hergestellt wird zwischen älteren und neuen Sets, wie dann vielleicht auch so ein, so ein wohliges Gefühl mittransportiert wird über das Magic-Jahr. Ja, und man dann auch schon weiß, ah, jetzt kommen wir endlich in das Dungeon-Dragon-Set und hat noch so im Hinterkopf, wir sind ja schon eingestimmt worden durch den Party-Mechanismus. Das fand ich an der Statistik ganz interessant. Ja. Aber du hast auch was rausgesucht. Ganz cool. Ich bin übrigens dafür, dass wir nicht Party-Mitglieder, sondern Party-Gäste sagen. Ja, ich hab auch was rausgesucht. Für mich ist ja Dungeons, äh, das D&D-Set, ähm, das Set des Flavors, der Flavor-Texte, ne? Wir haben ja überall Flavor-Texte, da sprechen wir nachher noch ein bisschen drüber, also Flavor-Texte, Flavor-Words, sehr Flavor-mäßig. Getitel und so weiter. Und ich hab einfach mal gezählt, dank Scryfall lässt sich das ja super machen, wie viele Karten mit Flavor-Text, ähm, in Adventures of the Garden Realms drin sind. Und hab aber auch mal geguckt, wie viele es in Strixhaven waren, in wie viele in Kaldheim und wie viel in Zendika Rising. Und ich bitte dich jetzt zu ranken, wo waren, wo sind oder waren die meisten Flavor-Texte drin und wo die wenigsten? Also Platz 1, 2, 3, 4 einfach mal durchgehen. Also ich würde sagen, Platz 1, ah, ist schwierig, nee, pass auf, Platz 1, ähm, machen wir ruhig mal Forgotten Realms, Platz 2, Zendika, äh, Platz 3, Kaldheim, Platz 4, Strixhaven. Okay, ähm, warte, lass mich kurz gucken. Ich glaube, du hast, ja, fast hast du es genau in der falschen Reihenfolge gemacht. Wirklich? Auf Platz, auf Platz 1 ist Strixhaven. Wirklich? Mit 211 Karten mit Flavor-Texten drauf. Das hätte ich jetzt nicht gedacht und ich sag dir auch warum, weil da und in Kaldheim diese doppelseitigen Karten mit den unglaublich langen Texten so vorherrschend waren und ich hab gedacht, das waren so komplizierte Karten und man musste immer so viel lesen in diesen zwei Sets, dass da gar kein Platz für Flavor-Text mehr war. Aber gut, okay. Platz 2 und den hast du richtig benannt, Zendika Rising mit 192 Karten mit Flavor-Texten. Ähm, Kaldheim auf Platz 3, also Platz 2 und 3 hattest du richtig, ähm, mit 186 Karten mit Flavor-Texten und auf dem letzten Platz mit 144, also deutlich weniger, ist Adventures of the Forgotten Realms. Witzig. Dennoch kommt es uns so vor, als würde dieses Set vor Flavor-Texten strotzen, gerade auch natürlich, weil die Basics mit Flavor-Texten versehen sind, ähm, die Basic-Lands, was natürlich, was ich super cool finde, können wir nachher auch noch drüber sprechen, ähm, aber ich denke mal, weil sich die ganzen Flavor-Texte auf so viele andere Spielbereiche jetzt oder Bereiche der Karte auch verlagert haben, ne, ist es nicht nur der klassische Flavor-Text, der hier für Flavor sorgt. Deswegen, ja, Adventures of the Forgotten Realms sozusagen am wenigsten, äh, Flavor-Texte eben vergleicht zu allen anderen aus dem letzten Jahr. Witzig. Also wirklich, wirklich witzig, wie er da die, äh, eigene Wahrnehmung trübt. Gut, dann lass uns doch mal ein bisschen über die, über die Welt und, ähm, ja, diese, diese, ja, vielleicht Lore, die uns in diesem Set begegnet, ähm, sprechen. Ähm, was sind denn die, die Forgotten Realms überhaupt, jene Vergessenenreiche? Also, ich muss jetzt dazu sagen, ich bin, ich bin jetzt nicht ein Dungeon-and-Dragons-Rollenspieler, also ich hab schon ein bisschen Rollenspiel-Erfahrung, hab jetzt aber nie Dungeon-and-Dragons gespielt, außer jetzt am PC, das ein oder andere Spiel, was eben auf diesem Regelwerk, äh, fußt. Und die Vergessenenreiche ist, soweit ich weiß, ein, ein Gebiet in dieser Spielwelt, was so, so ein sehr altes und, ja, so, so ein Kerngebiet vielleicht auch ist, also vielleicht vergleichbar mit Dominaria, da wage ich mich jetzt aber schon viel zu weit raus. Das ist so meine, meine Vorstellung von den Vergessenenreichen, also irgendwie, ja, so, so High-Fantasy-klassisches, klassisches Rollenspiel-Fantasy-Land. Ja, ich bin weder Dungeon-and-Dragons noch Rollenspiel erfahren. Ich hab einmal, zweimal ein Rollenspiel mitgemacht, allerdings nie eine längere, weiterführende Runde, so wie das viele machen, wie du das ja irgendwie auch, auch hin und wieder tust, ne? Genau, deswegen guck ich hier ein bisschen mit einem anderen Blick, guck ein bisschen mit einem, mit einem Game-Design-Blick drauf und guck ein bisschen, ja, technischer drauf und schau, was erzählt mir dieses Set halt über Dungeons-and-Dragons, was ich nicht kenne. Deswegen gibt's von mir auch immer mal wieder den Abgleich des D&D-Noobs, ohne dass ich so wirke, als würde hier ein Blinder über Farben sprechen. Ja, genau. Was ist denn D&D an sich? Für die, die's gar nicht wissen oder nicht mitbekommen haben. Das ist ein Rollenspiel-Regelwerk, das von TSR, soweit ich weiß, ins Leben gerufen wurde. Irgendwann, wann die ganzen Nerd-Sachen so entstanden sind, in den 80er, 90er. Und also das, was für mich D&D ausmacht, ist halt diese unglaubliche Detailverliebtheit in der Charaktererstellung, in der Beschreibung von Welten, in der Beschreibung von Monstern mit sehr vielen Statistiken und Charakterwerten, die dann auch sehr ausführlich ausgewürfelt werden mit ganz vielen verschiedenen Würfeln. Ähm, also für jede, für jede Handlung, für jede Charaktereigenschaft, alles, was passiert, wird quasi ein Würfel geworfen. Und das macht's damit auch, aus meiner Sicht, zu einem der komplexesten Rollenspiele. Und deswegen kenne ich's eigentlich auch nur aus der PC, aus der PC-Welt. Einerseits, weil in der Schule oder in der Jugendgruppe, wo ich war, wurden keine Rollenspiele gespielt. Da waren wir vielleicht dort doch zu sehr auf dem Dorf und nicht in der Großstadt Berlin, wo dann viele Gleichgesinnte noch da waren, die jetzt auch gespielt hätten. Oder ich hab sie einfach nicht kennengelernt. Oder auf dem PC wurde das halt so ein bisschen wegabstrahiert. Und dann wurden halt Schläge mit dem Schwert im Hintergrund zwar schon auch ausgewürfelt, aber dann, das Ergebnis war dann eben ein Treffer oder ein Fehlschlag. Also diese Komplexität, die verbinde ich eigentlich so mit Dungeons & Dragons. Dungeons & Dragons gehört ja mittlerweile zu Wizards of the Coast, die Magic machen. Du sagtest gerade, das kommt von TSR, was total richtig ist, denn das gehörte nicht immer zu Wizards of the Coast. Die waren schon immer sehr, sehr, also alle, die das gegründet haben, vor allem hier Peter Atkinson, der die Wizards of the Coast gegründet hat, war immer ein großer D&D-Freund und war eine große Inspiration für ihn, D&D. Und war immer ein großes, ja ein großer Traum, irgendwann mal TSR beziehungsweise Dungeons & Dragons zu kaufen, was dann 1998 geschah übrigens. Also 1993 kam Magic the Gathering und durch den riesigen Erfolg von Magic the Gathering konnten sie sich TSA kaufen. Aber wie kam das überhaupt? Ich möchte ganz, ganz kurz zurückgehen zu den Ursprüngen von Magic. Also Richard Garfield, damals war er noch Student an der Uni, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Immer schon ein schlauer Kopf, immer schon Spieleentwickler, immer sich immer schon coole Sachen ausgedacht, schlug Peter Atkinson ins Spiel vor namens Robo Rally. Das wurde dann später auch irgendwann veröffentlicht. Damals, als er es vorgeschlagen hatte, konnte das Peter Atkinson allerdings nicht veröffentlichen, weil es zu aufwendig war, zu teuer war herzustellen und für eine kleine Firma wie Wizards of the Coast einfach finanziell nicht stemmbar. Was Peter Atkinson allerdings machen konnte und wollte und Richard Garfield vorschlug war, mach doch mal ein Kartenspiel. Mach doch mal ein kleines Kartenspiel, der hatte irgendwie Kontakte zu Katamundi bekommen, die irgendwie einige neue Sachen drucken konnten in Belgien. Die, ja eine gute Kartendruckfirma, wo immer noch meines Erachtens die besten Karten gedruckt werden weltweit, Karten in der besten Qualität. Und meinte so, mach doch mal ein Spiel für diese ganzen D&D-Spieler, die irgendwie zwischen den Runden lange Wartezeiten haben oder wie irgendwie warten müssen, bis andere aus dem Dungeon wieder raus sind, um wieder mit denen weiterspielen zu können oder was auch immer. Einfach so ein kurzes Ding für zwischendrin, für eine Messe vielleicht auch und sowas, was irgendwie diese Welt einfängt. Also schloss sich Garfield für eine Woche ein bei den Eltern oder so und kam dann wieder zu Atkinson mit einer Idee für Magic und meinte, hey du hast mir doch letzte Woche von was erzählt, guck mal, ich hab hier folgende Idee. Okay, und pitchte quasi Atkinson die Idee zu dem Sammelkartenspiel Magic the Gathering. Genau, das muss man vielleicht noch sagen, Atkinson suchte auch nach einer Möglichkeit, um so viele Illustrationen, also Artwork, Fantasy-Artwork irgendwie zu transportieren, was natürlich auf vielen Karten sehr, sehr gut möglich ist. Und genau, als er das dann Atkinson erzählte, da war auch noch ein Kollege von Atkinson dabei, der Ken McLaughlin, da sind die einfach schier ausgerastet, ja. Also es wird beschrieben als Dancing Around, Whooping and Hollering, ja, die waren total, die waren total hin und weg und die meinten dann so, oder dieser McLaughlin meinte dann zu Atkinson später, als Garfield weg war, ey, dieses This Game could make a million dollars, maybe even two. Ja, das könnte uns eine Million bringen oder zwei. Ja, wir lachen jetzt drüber, aber das war schon sehr hellsichtig, also ich weiß nicht, ob ich mir zutrauen würde, anhand von einem Prototyp zu sagen, das Spiel wird ein Erfolg und das wird ein Flop. Also da, der hat schon, glaube ich, Ahnung gehabt in dem Moment. Abgefahren, oder? Und es hat dann natürlich auch zu dem ganzen Hype beigetragen, der schon bereits vor der Veröffentlichung von Magic irgendwie da war. Und das alles war irgendwie, war irgendwie auch D&D inspiriert und Atkinson selber meinte dann, er war, er war seitdem er das erste Mal von D&D gehört hat, nicht mehr so geflasht von der Spieleidee, ne. Also es wird immer, das war quasi das Maß der Dinge, D&D. Und meine Quelle ist übrigens dieses wunderbare Buch Generation Dex von Titus Chalk, was ich nur euch empfehlen kann zu lesen, wo ihr eine wunderbare Geschichte von Titus Chalk selbst lesen könnt und zur Geschichte von Magic the Gathering. Also Magic war schon immer irgendwie D&D und hat immer sich daraus bedient und wenn man Alpha, das erste Set, sieht, dann kann man irgendwie von dieser lose zusammengewürfelten Fantasy-Welt, kann man schon ganz viele Bezüge auch zu Adventures of the Forgotten Realms herstellen. Ich glaube, Mark Rose wurde erzählt ja auch regelmäßig in seinem Podcast, dass ein Set auch, also eine Erweiterung, die sie dann irgendwie schnell zusammenzimmern mussten nach dem großen Erfolg, auch auf den Charakteren, die sie aus ihren D&D-Gruppen kannten, basiert. Ich glaube, es war Legends, ne, dass sie da einfach Charaktere verwendet haben, die sie wöchentlich gesehen haben, wenn sie Dungeons & Dragons gespielt haben. Also da gab es schon auch eine Zielgruppenüberschneidung zwischen diesen beiden Spielen, die, ja, geplant und dann auch so funktioniert hat. Ja, also es gehört einfach ganz, ganz, ja, eng zu Wizards quasi, später als es gekauft wurde, dann natürlich noch mehr und ich meine, 98 hat er es gekauft, der Atkinson und 99 hat er Wizards verkauft an Hasbro. Also damit war für ihn vielleicht auch eine ganz wichtige Reise abgeschlossen an dem, an dem Punkt. Es gibt ein tolles Interview mit ihm, mit Peter Atkinson vom Professor, das könnt ihr mal auf YouTube nachschauen, das ist ziemlich spannend und da ist, fragt der Professor natürlich auch kritisch nach, was es bedeutete, dass Wizards an Hasbro verkauft wurde. Also wen die Geschichte interessiert, da gibt es ganz, ganz viel Material und ich finde es super spannend und sowas könnte ich mich reinlegen. Ja, das kurz dazu, genau. Aber was, was wird uns denn hier erzählt in den, in den Vergessenen Reichen? Was erleben wir denn hier für eine Geschichte, Martin? Also ich habe auf jeden Fall auf den Karten einige Orte wiedererkannt, die ich auch noch, wie gesagt, von den PC-Spielen kenne, also Eye of the Beholder habe ich gespielt, das spielt ja in Waterdeep, also Tiefwasser, da guckt man eben, was da im Untergrund schiefgelaufen ist. Dann gab es ja diesen großen Erfolg in den 90ern, Baldur's Gate, also das, das Rollenspiel, was eigentlich, ja wirklich, wie ich schon vorhin gesagt habe, diese ganze Komplexität weg abstrahiert hat und das wirklich in so einem schönen, isometrischen Spiel dargestellt hat. Da ist man an der Schwertküste unterwegs und das sind einfach so ikonische Orte, die man besucht und die alle in den Vergessenen Reichen liegen. Jetzt sind wir ja in den letzten Sets nicht so verwöhnt worden mit einer guten Story von Magic, also ich hatte ja letztes Mal spaßhalber gesagt, dieser Flavortext auf Late to Dinner hat mehr Gehalt gehabt als die ganze Strixhaven-Story und dieses Mal wird auf eine Story ganz verzichtet, sondern man gibt quasi den Spielern und den Fans ein Abenteuer zum Spielen, das in diesen Vergessenen Reichen oder in dieser Welt, in der sich auch das Magic-Set abspielt und da kann man sich das runterladen Woche für Woche und dann quasi mit bis zu sechs Leuten, glaube ich, dieses Abenteuer spielen. Ich glaube, es sind sogar drei Abenteuer, die man kombinieren kann, die man in seine eigene, die in die Gruppe einpflegen kann und ja, wo die Protagonisten auch nicht so, also sie sind schon definiert, aber jetzt nicht so klar wie die Planeswalker, die Gatewatch, die uns irgendwie durch die einzelnen Episoden führt oder so, sondern das soll auch irgendwie, ja, das soll man gut in sein eigenes Rollenspiel integrieren können. Und viele haben ja wirklich auch Charaktere, die sie über Jahre hin gepflegt und aufgelevelt und mit guter Rüstung ausgestattet haben und da macht es natürlich umso mehr Spaß, wenn man die dann in so ein neues Abenteuer mitnehmen kann und das merke ich jetzt auch schon, wo ich noch nicht so viele Rollenspiele gespielt habe, die Charaktere wachsen einem schon so ein bisschen ans Herz mit ihren Eigenheiten und Besonderheiten und wenn es dann mal ein neues Setting geht, dann kann man den Charakter nicht mitnehmen, sondern muss ich einen neuen machen und dann lässt man den auch ungern erstmal so liegen und hat dann dieses leere Charakterblatt vor sich, deswegen verstehe ich das schon, dass man da eine Möglichkeit gesucht hat, wie man seine Charaktere damit reinbringen kann. Und dennoch hätte ich mir irgendwie mehr roten Faden gewünscht in Forgotten Realms. Klar, es ist irgendwie ein Spiel zum Spiel, ich meine, lass uns gleich erstmal noch über die Mechanismen sprechen und gucken, wie flavorvoll die sind, denn das ist irgendwie, das knüpft sehr, sehr direkt an, aber schon mal Spoiler, mir überraschenderweise ist es mir zu wenig Story, auch wenn ich bisher nie der riesen Story-Fan war, merke ich jetzt, wo das weniger da ist, ein bisschen fehlt, dass es mir tatsächlich fehlt und dass ich tatsächlich so ein bisschen die Story-Spotlight-Karten hier und da ganz cool fand, mich da auch schon ein bisschen dran gewöhnt habe und die vermisse. Ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, also wie gesagt, der Niedergang der Geschichten hat jetzt schon ein bisschen so eingesetzt für mich und ich setze jetzt tatsächlich mehr auf die Welt, die mir dargelegt wird und beschrieben wird und wie gut die mir zusagt und wie sehr ich mich da auch mit einzelnen Karten vielleicht mir meine kleine eigene Geschichte bauen kann. Deswegen funktioniert für mich das ganz gut. Und ja, der Höhepunkt war sicher diese fünf Jahre Bolas-Geschichte und ja, ich fände es jetzt nicht schlimm, wenn sie jetzt tatsächlich mehr Fokus auf die Welt legen und die Geschichten, die ja bislang wirklich nicht so dolle waren, erst mal hinten anstellen. Vielleicht muss man auch noch mal so ein bisschen unsere Denke, die wir haben, noch mal kurz erklären, dass wir so ein bisschen aufgliedern in zum einen die Welt, das Worldbuilding, ja. Das sind natürlich so die Szenerie, die man sieht, die Menschen oder die Kreaturen, die sich durch diese Szenerie bewegen, das Leben, was da stattfindet, die Artefakte, die da rumliegen. Dann gibt es die Lore, die Geschichte, die darin erzählt, die spielt, was meistens eben die Planeswalker sind, die feststellen, dass sie sparken und dann plötzlich zu anderen Planes flickern, sowas, was auch immer, ja. Und dann gibt es irgendwie noch den Flavor, was für uns ja irgendwie die Verknüpfung von diesen Sachen mit den Mechanismen ist. Also zu gucken, okay, wie gehaltvoll, wie viel Geschichte steckt in den einzelnen Mechanismen drin. Und damit wir dieses Puzzlestück auch noch haben und dann überlegen können, ja, was womöglich fehlt, lass uns doch kurz über die Mechanismen sprechen. Und die einmal so ein bisschen, einmal aufzählen und gucken, okay, wie stark welcher Mechanismus tatsächlich auch zu dieser Welt passt und welche Welt uns die, also was die Mechanismen uns quasi an Welt erzählen. Also das Set heißt Dungeons & Dragons und ein großer Mechanismus sind natürlich diese Dungeons im deutschen Gewölbe. Das ist ein neuer Kartentyp und ich glaube, der ist so ein bisschen inspiriert von dem Erfolg von Sagas, weil das ist quasi so eine Saga zum Selberspielen, so kommt es mir ein bisschen vor. Es ist ein ganz toller Flavor, also es gibt Karten, die einen dazu auffordern, ins Gewölbe zu gehen oder die eine ausgelöste Fähigkeit haben, dass man ins Gewölbe geht. Und was passiert ist, wenn man ins Gewölbe geht? Man nimmt sich einen von drei Dungeons, die im Pre-Release-Pack, glaube ich, mit dabei sind. Und die hat man auch immer zur Verfügung, ob man sie jetzt getraftet hat oder nicht. Also man muss die nicht getraften, das sind die Tokens, die man zur Verfügung hat. Und jeder hat eine gewisse Anzahl von Räumen, die so kleine Effekte auslösen, zum Beispiel Hellsicht 1 oder mach einen Goblin oder jeder verliert ein Leben. Und die sind auch unterschiedlich lang. Und immer wenn man quasi in das Gewölbe sich wagt, betritt man einen neuen Raum. Man kann den Dungeon nicht wechseln, sondern muss ihn erst abschließen, bevor man einen neuen Dungeon betreten kann. Und am Ende des Dungeons, wenn man den letzten Raum betritt, dann gibt es einen großen, tollen Effekt. Zum Beispiel, man erschafft einen 4-4-Token, der dann auf der eigenen Seite kämpft. Also ganz, ganz große, tolle Effekte. Ja, und diese Karte lebt in der Command-Zone. Da haben sie die jetzt irgendwie, also die Command-Zone ist sehr, sehr voll geworden in den letzten Sets. Und da liegt jetzt eben auch dieser Dungeon rum. Und ja, ich finde das einen sehr, sehr schönen Mechanismus. Also mir haben diese Sagas schon sehr gut gefallen. Mir gefallen auch diese Dungeons sehr gut, weil man da so ein bisschen mehr vorausplanen muss, wann, welchen Dungeon betrete ich überhaupt? Wann habe ich den wahrscheinlich zu der, in dem Raum, wo ich dann auch diesen Effekt gut brauchen kann? Also mir gefällt es sehr, sehr gut. Ja, mechanisch ist das wichtig. Es sind sehr, sehr viele kleine Effekte, die man ganz gut ausnutzen kann, die man vervielfältigen kann. Es gibt ja Karten, die sind sehr darauf aus, dass man einen Dungeon abgeschlossen hat. Es gibt welche, die treiben einen quasi durch dieses Dungeon und sehen zu, dass man immer einen Schritt weiter geht. Drachen gab es ja schon in Magic. Und das ist quasi noch das Ding. Also Dungeon & Dragons wird mit den Dungeons, die sie hier eingefügt haben, eingelöst. Das Versprechen, das kann man nicht anders sagen. Und es ist natürlich ganz cool. Also ich fand ja auch schon die Contraptions bei Unstable irgendwie ganz cool, dass man plötzlich so externes Spielmaterial hatte. Und es gab ja auch das Versprechen von Mark Rosewater, dem Chefdesigner quasi, dass man sich dessen immer mal wieder und immer mehr bedient, so externen Spielmaterials quasi. Und das finde ich irgendwie ganz, ganz lässig. Irgendwie hat man sich dagegen entschieden, 20 Dungeons zu machen, sondern hat lieber eine kleinere Anzahl genommen und auch ziemlich genau darauf geachtet, was diese drei Dungeons machen, dass die unterschiedlich zueinander sind und man sich schnell auch eine Entscheidung treffen kann, in welches Dungeon man wandelt. Und das funktioniert total gut für mich. Also mega gut. Im Vision Design war es wohl so mal angedacht oder haben sie mal experimentiert, dass diese Dungeons quasi tatsächlich, wie du sagst, diese Contraptions ein einzelnes Deck sind und jede Karte ist quasi ein Raum. Und immer wenn du in den Dungeon gehst, deckst du quasi eine Karte auf und machst dann das, was die Karte dir sagt. Also es war dann nicht offensichtlich, welche Räume du betrittst, sondern die Räume waren quasi ein extra Deck. Da sind sie erst mal davon abgekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwann noch kommt, aber jetzt haben wir erst mal diese drei Dungeons und die sind auch alle dabei beim Pre-Release, hatte ich ja schon gesagt. Das finde ich ganz toll, dass die da gleich als Tokens mit dabei sind. Auf der Rückseite ist dann immer auch der passende Token, der dann mit diesem Dungeon ausgelöst wird, beziehungsweise am Ende des einen Dungeons, wo du dann am Schluss den Token machst, ist er auf der Rückseite. Und bei den anderen, wo du ihn mittendrin machst, ist er auf dem genau anderen Dungeon hinten drauf, damit du quasi deinen Dungeon nicht umdrehen musst, wenn du den Token machst. Das finde ich eine witzige Idee. Und ich fände es generell schön, wenn überhaupt mehr Tokens gleich im Pre-Release-Pack mit drin wären, damit du die gleich beim Pre-Release hast. Diese Dungeons sind übrigens inhaltlich angelehnt auch an die drei Abenteuer. In jedem Abenteuer wird auch ein Dungeon sozusagen beschrieben und das sind jeweils diese drei Dungeon, genau, die man dort auch durchschreitet. Man kann sich jetzt schon die Frage stellen, wie viele weitere Dungeons wird es geben im Laufe von Magic außerhalb von D&D-Sets? Oder sind wir uns erst mal auf die drei festgelegt? Aber die machen auf jeden Fall generisch genuge Sachen, dass es erst mal zumindest mit dem Set Spaß macht und vielleicht, wenn man sich ein Commander-Deck baut und spielt, da auch noch Gewinn draus ziehen kann. So, was haben wir noch als Mechanismus? Wir haben es schon gespoilt ganz am Anfang. Es wird gewürfelt. Endlich wird in schwarzrandigen Karten gewürfelt. Das war ja bisher ein Mechanismus, der nur den Silverboarder-Karten vorbehalten war, den ganzen Ansatz an Stable vor allem. Da wurde sehr, sehr viel gewürfelt und dann sanctioned. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wir wissen auch hier, Mark Rosewater hatte lange den Traum, das endlich in Blackboarder-Karten zu bringen. Da gab es diverse Gründe, weshalb das nicht eher passiert ist. Aber jetzt natürlich bei Dungeons & Dragons gab es keine Ausrede mehr. Und es wird gewürfelt. Es wird nicht länger nur eine Münze geworfen, sondern jetzt wird endlich auch gewürfelt. Und was wird gewürfelt? Ein 20-seitiger Würfel. Und der ist auch als echter Würfel in jedem Pre-Release-Pack dabei. Also nicht kein Spin-Down, wo die Zahlen in aufsteigender Folge angeordnet sind, Reihenfolge angeordnet sind quasi, sondern eben ein Würfel, wo die Zahlen bunt durcheinander gemixt sind, damit man nicht bescheißen kann. Ich finde, ach so, wirst du vielleicht noch dazu sagen, was ist denn jetzt die Varianz, die damit erzeugt wird? Da ist es natürlich nicht für jede Zahl auf diesem Würfel gibt es jetzt einen unterschiedlichen Ausgang. Da würde sehr viel auf diesen Pappen brauchen. Das ist dann ein Secret-Layer natürlich. Oh Gott, du sagst es. Ohne Illustrationen haben wir genug Platz. Also in der Regel wird es halt unterschieden zwischen drei Bereichen, und zwar entweder 1 bis 9 oder 1 bis 10 oder dann eben 10 bis 19 oder 11 bis 19. Je nachdem, wo jetzt so ein bisschen der Schwerpunkt drauf liegen soll, kann man sich dann an den Karten immer mal angucken, was ist jetzt hier die größere Wahrscheinlichkeit. Und dann gibt es eben noch die 20, die bei Dungeons & Dragons immer als kritischer Treffer bezeichnet wird. Also es ist ein Erfolg. Da gelingt dir dann quasi das, was du machen wolltest, auf jeden Fall und zwar sensationell gut. Also beim Kämpfen kriegst du, glaube ich, dann nochmal einen Schlag. Ich möchte mir verzeihen, wenn ich es jetzt falsch sage. Oder wenn ihr irgendwie ein Schloss knacken wollt, dann mit der 20 ist es auf jeden Fall offen. Also es ist dieser kritische Erfolg. Und der macht dann nochmal was besonders Tolles. Man muss dazu sagen, der Effekt ist nie schlecht. Also es ist nie Hopp oder Top. Der wird nur besser, wenn du höhere Stufen würfelst in diesem Dreierbereich. Und deswegen fühlt es sich für mich auch tatsächlich eher wie so ein Münzwurf an. Weil du kannst quasi nie richtig falsch liegen. Also ein Münzwurf fühlt sich deswegen an. Mit einzelnen Ausnahmen. Die Schatztruhe, die Treasure Chest, da kann man eine Eins würfeln. Da ist es ein bisschen anders aufgeteilt. Da gibt es Eins, Drei bis Neun, Zehn bis Neunzehn und Zwanzig. Und bei einer Eins ist man trapped. Und dann verliert man drei Leben. Aber das ist eine Rare. Und die Rares dürfen wir eh manchmal Sachen anders machen als die Kommens und Ankommens. Ja, ich fand halt diese 20, das ist halt ein schöner Gag, den sie reingebracht haben mit dem kritischen Erfolg. Und dann die anderen zwei Ranges, das ist dann schon so ein bisschen Münzwurfig, weil, ja, ist dann ungefähr gleich verteilt, was dann passiert. Und aber im Gegensatz zum Münzwurf ist es halt nie richtig schlecht. Ja, kurz zum Thema Zufall und Würfelwerfen. Es ist ja so, dass der Garfield ein ganz, ganz toller Game Designer ist. Und der sagt, das ist so ein bisschen seine Theorie, die er immer wieder sehr mit tollen Spielen untermauert, dass ein sehr gutes Spiel für ihn ist, eines, welches einen sehr hohen strategischen Anteil hat, wie zum Beispiel Magic the Gathering, wo man sich, ja, mit sehr viel Strategie ein gutes Deck zusammenbauen muss oder im Spiel irgendwie auch sehr viel, sehr gut strategisieren muss, ne, sagt man, genau. Und ein Spiel, was halt einen hohen Anteil an Zufall hat. Eben wie bei Magic, wo man alle Karten mischen muss und dann, ja, Glück haben muss, dass man zum Beispiel genügend Länder zieht, die man ins Spiel bringen kann und so weiter. Aber eben auch ein Zufall, mit dem man kalkulieren muss wiederum. Poker ist zum Beispiel auch ein Spiel mit einem hohen Anteil an Strategie und einem hohen Anteil an Glück. Und das ist etwas, was er sagt, das macht ein richtig gutes Spiel aus. Und mit diesem Würfelwurf kommt das hier wieder rein. Also ich kann quasi als total unbefangener Neuling einen guten Würfelwurf haben und plötzlich das Maximum an Value aus dem Spielwert, aus einer Karte rausziehen. Ja, genau. Oder eben nicht. Und das finde ich ganz cool, denn das hat, ja, damit reist man wieder so ein bisschen zurück, auch zu den Ursprüngen des Spiels, zu dem, was Richard Garfield da eingearbeitet hat. Denn das war etwas, was ihm sehr, sehr, sehr wichtig war. Und was meines Erachtens Magic in den letzten Jahren immer wieder und immer stärker auch verlassen hat, dass man sich sehr, sehr stark auf die strategisch denkenden Spieler konzentriert hat und den Zufall so ein bisschen außer Acht gelassen hat. Also so Coinflip-Sachen und sowas, das ist immer mal als Gag drin. Aber wirklich gut ist das eigentlich nie. Das hat sich in letzter Zeit verändert, mit dem ganzen, mit dem neuen Krag beispielsweise, der rausgekommen ist in Commander Legends und so, gibt's wieder mehr Möglichkeiten, damit auch zu spielen. Und jetzt finde ich's, indem man Würfel mit reingeholt hat und damit auch diesen neuen Spielmechanismus ja irgendwie aufgemacht hat für das Spiel, ist das da und es kommt nicht von ungefähr. Ja, es kommt von dem großen Vorbild Dungeons & Dragons und ist zu Magic gekommen, so wie Magic mal von Dungeons & Dragons ganz stark beeinflusst war. Das find ich ganz cool und ist eins dieser vergessenen Dinge, die man damals irgendwie nicht gemacht hat, dass man Würfel geworfen hat. Wäre auch etwas gewesen, was ich mir sehr, sehr gut in Alpha hätte vorstellen können in der ersten Edition der Magic hatten. Witzig ist auch noch, in dem Commander-Deck, was jetzt zu dem Set rauskommt, werden auch noch andere Würfel geworfen. Also da wird noch ein D8 oder ein D4 geworfen oder ein D10. Genau, also da bringen sie noch mehr Würfel von Dungeons & Dragons rüber. Ja, das das Hammer als Mechanismus. Klasse. Klasse. Super. Ja. Achso. Ja, Klasse, Klasse. Stimmt, ist ja auch ein Mechanismus. Klasse beziehungsweise Klaas ist auch eine Karte. Auf Englisch. Genau, Klaas. Nicht der deutsche Männername. Ja, Joko und Klaas. Ist auch ein neuer Kartentyp beziehungsweise ist eine Verzauberung mit dem neuen Untertyp Klaas. Auch da ist jetzt die Saga nicht weit weg. Also die hatten einfach ganz viele hochkantige Illustrationen noch übrig und haben die es einfach noch mal einen neuen Typ sich ausgedacht. Das ist jetzt die Klasse. Und da müssen wir vielleicht auch noch mal ganz kurz auf Dungeons & Dragons gucken. Da gibt es ja das Konzept der Klasse und der Rasse, was ein schwieriger Begriff ist. Und da kann ich auch gleich dazu sagen, ich habe mal ein bisschen recherchiert, weil das ist mir auch mal so ein bisschen aufgestoßen. Also die Klasse ist quasi der Beruf und die Rasse ist quasi der Typ der Kreatur. Und das hat ja Magic dann auch so ein bisschen reingebracht. Also es gibt dann zum Beispiel einen Elf-Kleriker. Dann wäre Kleriker, wäre die Klasse und Elf wäre die in Anführungszeichen Rasse. Und von diesem Begriff der Rasse will jetzt Wisserts auch so ein bisschen weg. Ich habe da einen Artikel gefunden, den verlinkt man auch. Sie sagen in diesem Artikel eben auch, dass sie einfach auch Kreaturen-Typen wie Orks oder Goblins auch eine weitere Spannbreite an Möglichkeiten der Entwicklung geben wollen. Und dann eher sowas auf, wie sind die Kreaturen aufgewachsen, wo kommen sie her, was haben sie erlebt. Also diese ganze eigene Erfahrung und diese Prägung und kulturelle Prägung so ein bisschen mit reinnehmen und nicht so, du bist jetzt als Ork geboren, du kannst nur mit einem Morgenstern auf andere losgehen. Also das vielleicht so als kleinen Nebenaspekt. Wie sie vielleicht von diesem Konzept ein bisschen wegkommen wollen. Und ich finde es deswegen auch schön, dass wir hier Klassen als neuen Typ haben und nicht Rassen. Das hätte ich sehr befremdlich gefunden. So, was sind jetzt Klassen? Das sind Verzauberungen, die ins Spiel kommen. Und so wie du deinen Beruf in Dungeons & Dragons verbessern kannst, indem du trainierst und dann eben hochlevelst, kannst du auch hier die Klasse hochleveln. Das heißt, die Klassen haben in der Regel fünf Fähigkeiten. Davon sind drei ausgelöste Fähigkeiten. Und zwei aktivierte. Das heißt, die ausgelösten Fähigkeiten passieren einmal, wenn die Klasse ins Spiel kommt und wenn sie einen neuen Level erreichen. Und den neuen Level, den kannst du selber steuern. Das ist die aktivierten Fähigkeiten. Da zahlst du einen bestimmten Mana-Betrag und dann geht die Klasse auf den nächst höheren Level. Sie behält alle Fähigkeiten der unteren Level. Du kannst aber nur nach oben gehen und wenn das Ziel erreicht ist, dann geht es auch nicht mehr höher. Du kannst nicht mehrmals auslösen. Und sie bleibt auch im Spiel und verschwindet nicht wie eine Saga zum Beispiel. Und so kannst du eben Effekte, die für deine Kreaturentypen oder dein Deck besonders gut sind, eben steigern und dann eben Boni draus ziehen. Ja, also finde ich ein schönes Konzept. Habe ich auch schon eins von meinen Standarddecks eingebaut auf Arena. Macht Spaß. Sind auch schön günstig, finde ich. Also kann man gleich am Anfang spielen und dann nach und nach hochleveln, so wie es gedacht ist. Also ich finde es eine schöne Idee. Und erneut wird sehr klar, dass Wizards die Saga sehr, sehr gut findet. Ja, ich glaube. Die sehen einfach genauso aus und haben einfach nochmal das ganze Ding nochmal anders geworpt. So wie die Gewölbe ja auch in gewisser Weise das schon sind. Ja, ist schön. Also ich finde es nett. Also es trägt zu diesem Rollenspiel-Flaver bei. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Dann kommen wir zum, ja es ist, weiß nicht, ob man es Mechanismus nennen kann, ähm, aber ein Bestandteil der Karte, der mir extrem gut gefällt. Und zwar sind das die Flavor-Words, die mit Geschichtenelementen übersetzt wurden. Ich würde es gerne einfach Flavor-Words oder Flavor-Worte bezeichnen. Das trifft es irgendwie am, am besten. Und zwar, ja, sind das, sind das, ja, Worte, die, ich meine so wie, ähm, Keyworded Abilities, also einfach, wir haben bestimmte Fähigkeiten und die, mit denen ist ein Keyword hinzugefügt, wie wir das zum Beispiel von Delirium kennen, beispielsweise, ja, äh, denen werden flavorvolle Namen gegeben und die ziehen sich dann immer wieder durch. Die kann man wiedererkennen und dann sieht man schon, ah, okay, bei Delirium beispielsweise, wenn ich vier oder mehr Karten im Friedhof und unterschiedliche Kreaturen, äh, Kartentypen im Friedhof habe, dann wird etwas ausgelöst. Und hier ist es so, dass quasi ganz, ganz viele Sachen einfach ein Flavor-Wort hinzugefügt bekommen haben. Genau, die machen jetzt nichts, also wie zum Beispiel, also bei Beispiel Delirium macht erstmal nix, Flying macht was. Also Flying macht was, dass die Kreatur nur von Fliegenden oder mit Reach-Kreaturen geblockt werden kann. Delirium sagt erstmal nix, sondern du musst weiterlesen, um zu gucken, was dann passiert. Genau, und im Unterschied zu Delirium, was sich ja durch ein ganzes Set beispielsweise hindurchgezogen hat, ja, und immer wieder in ähnlicher Weise aufgetaucht ist, haben wir hier einfach bei ganz vielen Karten überall unterschiedliche von diesen, von diesen Flavor-Wörtern, Flavor-Words drin, die nichts anderes tun, als der Mechanismus, der danach beschrieben wird, ja, um den, so wie der Flavor das im besten Falle macht, leichter verständlich zu machen, bisschen zugänglicher, das ganze Ding mit ein bisschen Geschichte zu versehen und die Karte an sich, die kleine Geschichte, die die Karte insgesamt erzählt, einfach noch ein bisschen dichter zu machen. Und, ähm, Martin, ich sag's dir, wie es ist, warum, oder ich frag dich, warum hat das Magic bisher noch nicht gemacht? Das frag ich mich auch. Also, wir haben, das ist so toll und hier in dem Set ist es natürlich bei vielen Sprüchen oder, ja, Fähigkeiten sind es einfach auch Begriffe, die aus der D&D-Welt kommen, also zum Beispiel der Drache hat eben Säureatem und dann macht er, glaube ich, dann zerstört er quasi Kreaturen, die in dem Zug Schaden genommen haben und Säureatem ist eben auch eine Fähigkeit, die man aus dem Regelwerk von Dungeons & Dragons kennt. Das, das muss aber nicht so sein. Also, ich finde auch, diese, diese Karten, du, ähm, wo dann draufsteht, ihr, ihr kommt an einen Fluss, was wollt ihr machen? Die fortüberqueren oder durchschwimmen. Äh, das ist einfach, das, das fügt einfach dieser Karte, das macht diese Karte rund, finde ich, das, das erzählt eine kleine Geschichte auf der Karte und das, finde ich, könnte viel, viel öfter passieren. Gerade auf so Karten, die, die, wie ich finde, so klassische Sideboard-Karten sind, die ja auch eine Wandlung durchgemacht haben, seit eben Ich-Magic-Spieler am Anfang waren, die total situationsabhängig, also zerstöre eine Kreatur mit Flugfähigkeit. Wenn du die im Sideboard hast, ist wahrscheinlich besser, als wenn du so im Main-Deck hast. Dann waren die so ein bisschen modaler, also zum Beispiel zerstöre ein Artefakt oder zerstöre eine Kreatur. Und jetzt sind da bis zu drei Varianten drauf, also sind total modal, sind total vielseitig, kannst du immer in deinem Hauptdeck spielen und kriegen jetzt noch mit diesem tollen Flavor, werden diese drei völlig wahllos zusammengewürfelten Fähigkeiten auch zu einer kleinen Geschichte verwoben, weil die Fähigkeiten erstmal nichts miteinander zu tun haben, aber dadurch gewinnst eben an Kohärenz. Genau, ich habe hier noch einfach ein Beispiel, ein kleines Beispiel für eine kommende Weiße, den Lichtbringer, Kleriker, der kostet eins und eine Weiße ist eine eins, drei, Mensch, Kleriker, Kreatur und der hat eben eine dieser, eine von drei Möglichkeiten, Fähigkeiten kann man auslösen, wenn da ins Spiel kommt und ich lese mal nur die Flavor-Words vor, dann kriegt man schon so eine Idee, der kann entweder Wunden heilen, Magie bannen oder sanfte Ruhe auslösen, ja, man kriegt schon so eine ungefähre Idee, was es macht, Wunden heilen, du hältst Lebenspunkte dazu, Magie bannen, kannst du Verzauberung zerstören, sanfte Ruhe, du schickst eine Karte aus dem Friedhof ins Exil. Ah ja, okay. Und, ähm. Also drei Fähigkeiten, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, die überhaupt nicht aufeinander Zug nehmen. Ich könnte mir diese Karte auch niemals merken, was die macht, aber ich muss mir dann ab einem bestimmten Punkt nur noch vorne diese kleinen Flavor-Words durchlesen und ich komme total schnell rein, deswegen gibt es auch meines Erachtens, glaube ich, weniger Flavor-Texte, auch wenn es mir so vorkommt, dass es mehr gibt, denn das ist ja schon eine Form von Flavor-Text, die ich vorhin mit unserem kleinen Statistiksegment allerdings nicht mitgezählt habe, ja, diese Flavor-Words. Und das ist eine geniale Idee, also ich, ich denke wirklich daran, diese Umfrage, die Wizards immer startet zu jedem Set, da kriegt man dann immer Einladungen auf verschieden Social-Media-Kanälen, wirklich diesmal mitzumachen und immer reinzuschreiben, mehr Flavor-Words, macht mehr Flavor-Words, das ist so toll, das trägt so zum World-Building, zum Spaß an dieser Welt bei, behaltet das bitte unbedingt bei. Und wieder habe ich das Gefühl, wir mussten einmal zurückgehen zu D&D, was ich jetzt einfach mal als Ursprünge von Magic bezeichnen würde, um etwas in das Spiel reinzuholen, was wir damals offenbar vergessen haben, nicht mit, also, ne, was der Richard Garfield offenbar nicht mitgenommen hat. Klar, er hat es in Form von Flavor-Texten mitgenommen, sozusagen, die gab es auch schon in Alpha, aber diese kleinen Worte, die machen das Spiel einfach nochmal, da tropft der Flavor, das macht dann einfach viel mehr Spaß und das Ganze ist eine emotionalere Angelegenheit, denn die Mechanismen werden dadurch ein bisschen leichter, ja, nachfühlbar. Und ich habe es ja schon gesagt, also, ich höre ja auch Limited Resources, diesen, ja, Limited-Podcast auf Englisch und der eine Host, Marshall Sutcliffe, der ist ja überhaupt nicht in dieser Flavor-Welt drin, also, es ist immer schön amüsant zu hören, wie der bei Eldrehen keins dieser Märchen erkannt hat oder bei Kaltheim keinen Bezug auf die nordische Mythologie erkannt hat, aber wie hier wirklich seine Stimme nach oben geht, wie er Spaß hatte, als sie zu diesen Karten gekommen sind, ihr kommt an einen Fluss oder ihr hört einen Wachposten kommen und er dann mit Begeisterung diese Flavor-Worts vorliest und dass das wirklich auch solche Hardcore-Spike-Spieler trifft, ist super, also, finde ich einen ganz tollen Erfolg von dieser Idee und, ja, ein Geniestreich, finde ich, also. Ja, man hat den Instance ja jetzt, ist kein richtiger Mechanismus, ne, und es ist auch irgendwie in keinster Weise eine mechanische Erweiterung für der Instance, aber indem man den einfach so situative Titel gegeben hat, die ein bisschen abgefahren sind, wenn man sie zu den bisherigen Instance vergleicht, aber man hat die plötzlich zu was ganz Neuem gemacht, Situationen nennt man die ja auch, Situations, und das fühlt sich irgendwie neu an und anders und frisch und irgendwie vollständig, meines Erachtens, ja, das hat's irgendwie noch gebraucht. Also, die Archetypen, wenn man die durchgeht, dann hat man auch irgendwie nochmal das Gefühl, hier geht's um Dungeons & Dragons, ne, also die, wenn man Drafted oder Seals spielt, dann guckt man nach zweifarbigen Farbpärchen quasi und da sieht man dann schon, das ist hier, das ist hier um Dungeons & Dragons, Dungeons & Dragons geht, wir haben in Weiß-Schwarz Dungeons abschließen, ne, wir haben in Schwarz und Blau, ja, dass man sich durch die Dungeons hindurch bewegt und darüber Bonny sammelt, wir haben, ähm, Weiß-Grün Life-Gain, Lebenspunkte sammeln, wir haben in Weiß und Rot Equipment, ja, es gibt sehr viel Equipment, Ausrüstung, die man hier anlegen kann, die man mitnehmen muss auf sein Abenteuer, auch sehr, sehr passend, es geht in Schwarz und Rot um Schätze, ja, das ist, finde ich ganz, ganz toll, das hat man noch gar nicht erwähnt, Schätze sind auch ein wichtiges Thema in diesem Satz, ähm, wir haben in Rot und Grün was Neues, es nennt sich Rudeltaktik, das ist so ein wiederkehrendes, eine wiederkehrendes, ähm, Flavor-Word, wenn man so, eine Keyworded-Ability, da geht's dann immer darum, mit einer bestimmten Anzahl an Kreaturen anzugreifen, ne, die müssen zusammen, die müssen zusammen, Zusammenstärke 6, die Zusammenstärke 6 haben, genau. Okay, und dann wird was ausgelöst, in Verbindung auch mit Goblins, dann gibt's in Blau und Rot eben Würfeln, ja, so wie das bisher auch schon, ja, in Rot war ja auch schon das Münzenwerfen, ähm, gelegt, das musste natürlich auch irgendwie mit, im Rot drin sein und in Schwarz und Blau geht's schon darum, irgendwie Dungeons-Effekte zu maximieren, zu verdoppeln beispielsweise, ne, und, ähm, in Schwarz und Grün vielleicht sozusagen einer der schwächeren, ähm, Archetypen, da geht's dann darum, dass Kreaturen sterben, in den Friedhof gehen und damit dann irgendetwas gemacht wird. Aber ja, ich find's spannend, was hier mit dem Color Pie passiert, ne, gerade irgendwie, die Schätze in Schwarz und, und Rot jetzt auch irgendwie nochmal, nochmal mehr sind. Rot kannten wir's bisher schon, in Schwarz war's mir noch nicht so geläufig, aber find ich spannend, ne, dass es mal nicht in Boros ist irgendwie. die Piraten in Ixalan, die waren, glaub ich, auch Schwarz-Rot-Blau und die Schwarzen haben sich auch so ein bisschen um die Schätze gekümmert. Ich glaub, Schwarz-Rot haben sich damals auch schon um die Schätze gekümmert, bei den Piraten, mein ich. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Und, ach so, was ich vergessen habe, das Generischste von allen, äh, Blau und Grün, was macht Blau und Grün? Bringt Länder ins Spiel und zieht Karten? Ja, das passiert auch hier. Nichts anderes. Es tut, was es kann und es tut es gut. Ja, also interessant. Wir konnten tatsächlich auch schon ein bisschen mit diesen Archetypen spielen, also zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, konntet ihr wahrscheinlich auch schon damit spielen. Wir haben uns in der Vorbereitung auf diese Sendung, sind wir eingeladen worden von Wizards, an einem Preview-Event teilzunehmen. Dafür nochmal ein großes Dankeschön, dass wir da teilnehmen durften. Vielen Dank. Ja, und haben, ja, da ein bisschen Sealed gespielt und zwei Sealed-Pools gebaut und auch noch ein Standard-Deck. Ja, wir haben uns ein bisschen durch die Dungeons bewegt. Das hat schon beim ersten Mal sehr viel Spaß gemacht. fand ich. Ich habe da noch einen späteren Draft angeschlossen. Ja, also ich glaube, ich habe auch nochmal gedraftet. Dungeons macht mir wirklich bislang am meisten Spaß. und ja, wirklich da als einer der ersten, als eine der ersten da durch die Dungeons zu wandern, das war schon toll. Ich habe mir noch ein schwarz-rotes Schätze-Deck gebaut. Ja, deswegen habe ich auch geradezu davon geschwärmt und das hat viel Spaß gemacht. Gerade wenn dann andere rote Karten, wo man noch würfelt. Es gibt so einen Ogre, da kann man würfeln, um Schätze zu kreieren. Das überlagert sich so ganz nett und das war, ja, das war mechanisch irgendwie wirklich cool, weil es sich mechanisch nach einer, ja, nach einer anderen Spielwelt angefühlt hat. So ein bisschen kriegt man schon den Eindruck von, hey, wir spielen Magic, aber wir spielen auch irgendwie ein Rollenspiel, weil plötzlich gewürfelt wird und weil wir in Dungeons gehen und uns da durchbewegen und plötzlich viele Entscheidungen treffen müssen. diese ganzen Situations mit den drei verschiedenen Dingen, die wir auswählen können, die dann Flavorworts haben. Das ist einfach dieses Ding, wo der Dungeon Master dir dann sagt, was wollt ihr tun? Geht ihr nach links, nach rechts oder geradeaus? Oder reitet ihr den Esel? Nee, keine Ahnung, was da so alles an Entscheidungen passiert. Aber so fühlt sich das ein bisschen an. Und das war, das war irgendwie ganz cool. Und jetzt will ich nochmal zurückkommen zu der Frage, die ich vorhin, kurz nachdem wir über die Welt gesprochen haben, brechen möchte. Jetzt haben wir ja ganz viel über den Flavor und die Mechanismen erfahren und sind sehr begeistert. Die Welt, die haben wir sehr, sehr schnell und die Lore noch schneller abgehandelt. Vorhin ist uns das zu wenig Welt und zu wenig Lore, Martin. Oder wie geht's dir? Also ich, ich finde dieses Set, ich finde dieses Set zweischneidig. Ich finde es sehr toll auf der einen Seite. Ich habe mich sehr drauf gefreut. Also vielleicht muss man noch dazu sagen, Strixhaven war nicht so meins. Ich habe wirklich diesem Set hier sehr entgegen gefiebert, wo ich endlich wieder Kreaturen spielen kann und nicht Zaubersprüche und mein Deck mit 16 Instants und Sorceries vollpacken muss. Und diese Fantasy-Welt, die liegt mir einfach. Ich hatte ja schon gesagt, ich kenne so ein bisschen die Dungeon & Dragons Welt. Ich erkenne Waterdeep, Tiefwasser wieder. Ich erkenne den Waldläufer mit seinem Hamster wieder. Den kenne ich aus Baldur's Gate. Also das sind schon so ein paar vertraute Checkboxen, die da bei mir angekreuzt werden. Ich finde auch dieses High Fantasy toll. Also das Dominaria war auch für mich ein ganz tolles Set, weil so dieses High Fantasy für mich sehr, sehr viel Spaß macht. Mir hat auch diese Steampunk-Welt von Kaladesh gefallen, aber diese Neuinterpretation, diese Modernisierung dieser High Fantasy, die Wizards mit Magic geschafft hat, die erkenne ich hier wieder. Und ja, was mir dann an Dungeons & Dragons manchmal zu staubig war, das ist ja einfach witzig aufgegriffen und neu interpretiert worden. Deswegen gefällt mir diese Welt sehr, sehr gut. Und jetzt würde ich mal kurz das Wort an dich geben, bevor ich zu der anderen Seite des Schwertes komme. Okay. Ich finde es ein bisschen, die Welt ein bisschen mau. Einfach, weil du sagst, für dich ist es vertraut und für mich wirkt es generisch. Also ich habe irgendwie jetzt keine, nicht die positivsten Worte leider. Ich will hier gar nicht abhalten. Es ist was, was auf der einen Seite sehr, sehr gut funktioniert vom Flavor her. Aber die Welt ist irgendwie ein Spiel. Also wir bewegen uns irgendwie nicht auf einem Plain und da befindet was statt und dort müssen wir was lösen. Sondern wir bewegen uns irgendwie mittels eines Spiels in ein anderes Spiel. Und das ist mir von der Welt her und von der Geschichte her so ein bisschen zu Meta. Also im Grunde erinnert es mich sehr an, wie ich schon sagte, an Alpha und an Beta. So, wir haben ein paar coole Artefakte, die kennt man so aus dieser High-Fantasy-Welt. Und wir haben ein paar coole Kreaturen und die kennt man aus der High-Fantasy-Welt. Und wir haben Drachen. By the way, die Drachen finde ich mega nice. Gerade diese alternativen Artworks und so, wirklich richtig cool gelungen. Aber Drachen kennt man halt auch irgendwie. Und ich finde es viel spannender, wenn Magic, wenn R&D das schafft, sozusagen diese bekannten Elemente neu zu interpretieren und in neue Welten zu überführen. In eine, plötzlich in eine Zauberer-Schule. In ein, mit, mit nordischer Mythologie zu kombinieren, mit, ähm, ja, indisch angelegter Mythologie zu kombinieren. Und das finde ich richtig cool. Und jetzt habe ich das Gefühl, wir sind in diesem Ding, ja, wird es wieder sehr, sehr generisch und sehr, sehr basic. Und deswegen kommt mir das eigentlich vor wie das Core-Set eigentlich. Das ist so die, die Welt des, des Core-Sets. Also wenn man anfängt, mit Magic zu spielen, dann will man vielleicht erst mal mit den Basics des High-Fantasy beginnen. Da kann man gut reinkommen. Aber für die SpielerInnen, die schon ein bisschen dabei sind, habe ich das Gefühl und so geht es mir, da lächst es mir nach ein bisschen, ja, ein bisschen was Ausgefallenerem. Also das ist ja auf dem, auf dem Sendeplatz des Core-Sets ist das ja jetzt erschienen. Ähm, ich glaube, dass den, den, den Zweck soll es auch erfüllen, dass es eben neue Spieler reinbringt. Und man hat dieses Jahr eben dieses Crossover gewählt mit Dungeons & Dragons. Und da wären wir auch schon bei meinem, bei meiner Zweischneidigkeit. Das ist jetzt für mich so die erste, die erste Inkarnation des Konzepts Universes Beyond. Ähm, was sie angekündigt haben, also nicht. Sprechen wir kurz darüber. Okay. Es ist nicht die erste Inkarnation, das hatten sie ja davor schon mit, ähm, The Walking Dead gemacht. Ja, come on. Im Secret Layer. Stimmt, ja, ja. Also, wahrscheinlich wollten sie es unter dem Radar machen, ist dann aber sehr weit über dem Radar geflogen. Und jetzt ist es halt in einem Standard-Set gelandet. Ich finde, es ist hier, es ist hier gut gelungen. Man merkt aber an manchen Stellen schon, dass es nicht so richtig passt. Ähm, da kommen wir später bei der Preisverleihung noch drauf. Also, man merkt, an manchen Stellen mussten sie jetzt halt dieses Dungeons & Dragons-Regelwerk in das Magic-Regelwerk reinpressen, damit's noch funktioniert. Und da hat's an manchen Stellen so ein bisschen geknirscht. Ich hatte jetzt auch gerade schon den, den, den Waldläufer erwähnt, Minsk, mit seinem Hamster. Das ist jetzt natürlich eine legendäre Kreatur, die halt aus dem... Ja, die Hamster-Hamster. Boo. Boo heißt der, ja. Der Hamster. Der macht einen Token, einen legendären Token-Hamster und der heißt Boo. Und ich finde, man kann sich jetzt gerechterweise auch darüber aufregen, dass hier eben eine Nicht-Magic-Kreatur mit einer Fähigkeit ins Spiel gebracht wird, die dann jetzt auch in Commander weiterlebt. Und man hat sich damals bei The Walking Dead, ähm, ich auch, sehr aufgeregt, dass jetzt zum Beispiel mit Rick, einer der besten weißen Commander, ähm, für, für ein Menschendeck, äh, aus... Nur in der Walking Dead-Variante existiert. Und genauso könnten wir jetzt hier auch argumentieren, dass eben dieser, dieser Minsk oder andere legendäre Kreaturen jetzt eben diesen Dungeon-and-Dragons-Stempel drauf haben. Ich, ich finde, es die, die Vorteile überwiegen. Ich, ich mag dieses Set sehr. Es macht Bock, die, die Mechanismen passen zu Magic. Ich sehe aber auch die Gefahr, wenn es mal nicht so zu Magic passt, dass es dann sehr verbogen werden muss, das Spiel, dass eben, ähm, Dinge da passend gemacht werden müssen. Also zum Beispiel, weiß nicht, Monopoly Magic würde ich jetzt ungern spielen, wo man, äh, Geldbeträge hin und her tauscht. Also, da würde ich, da würde ich mich so ein bisschen auf die Barrikaden wagen. Also, ich sag mal so, hier, das ist die einzig, die bestmögliche Variante des Universes Beyond, glaube ich, die es geben kann. Denn, wie wir schon mehrfach gesagt haben, Magic basiert irgendwie auf allem, was Dungeons & Dragons gemacht hat und immer noch tut und es ist irgendwie eine Familie auch geworden, so. Und deswegen passt es hier sehr, passt es irgendwie sehr gut rein, weil es viele Überschneidungen gibt, sicherlich auch personelle Überschneidungen und die sozusagen sehr gut wissen, was sie, was sie hier tun und das kann sehr, sehr schnell, ähm, Frankensteins Monster werden. Ja. In Verbindung eines, eines Universes Beyond-Sets mit anderen, mit anderen Magic-Produkten und, ähm, ich hab's, ich, also nachdem ich das gesehen hab, wie mächtig das ist, hab ich tatsächlich das erste Mal so ein bisschen Schiss bekommen vor diesen anderen Universes Beyond-Produkten. Tatsächlich, weil ich gesehen hab, dass es mich schon hier an der einen oder anderen Stelle irgendwie stört, dass man irgendwie nicht in eine, in eine, ja, die Welt ist hier keine, keine Geschichte oder die hat wenig Geschichte, wenn man so will, sondern die Welt ist ein Spiel und wenn die Welt eine, eine Comicserie plötzlich ist, ja, oder die Welt plötzlich, keine Ahnung, Warhammer 40k oder Warhammer irgendwas ist, das wird ja kommen, dann hab ich richtig Angst, dass sie vergessen, das zu tun, was Magic sehr, sehr gut kann, nämlich Dinge neu erzählen, Dinge, Dinge irgendwie anders erzählen, als man sie kennt und, ähm, neu, ja, neu erfindet, sondern dann hab ich das Gefühl, um irgendwie die Trademark der anderen, der anderen Marken zu wahren, wird hier einfach, ja, Sticker auf Magic-Karten geklebt und, ähm, generische Texte drunter geschrieben. Das passiert hier nicht, weil die, ne, wir wissen ja, wo es herkommt und dass irgendwie das eine mit dem anderen zusammenhängt, aber wenn zwei fremde Sachen zusammenkommen, dann hab ich das Gefühl, es ist wie so ein Smash-Up-Kartenspiel, äh, wo ich allerdings Pokémon-Karten mit Yu-Gi-Oh!-Karten versuche zusammenzumischen und dann erst feststelle, dass die unterschiedlich groß sind. Ja, ich glaub, du hast richtig ausgedrückt, ähm, das spiegelt auch wieder, wie ich, wie ich denke, es, es ist hier die bestmögliche Variante von Universus Beyond, die haben wir jetzt hiermit gesehen und ich hab auch Angst, äh, vor, vor einer Inkarnation, die, die mir nicht Spaß macht, weil dann fühlt sie's falsch an. Jetzt fühlt sie's sehr viel richtig an, weil's für mich funktioniert, ich seh aber durchaus die Gefahren, wenn's nicht funktioniert und was Magic dafür alles aufgeben muss. Ja. Ich, ich will nochmal kurz auf einer positiven Note für mich. Ja, unbedingt. Hier in Adventures of the forgotten realms, es ist wenig Welt und es ist für mich auch irgendwie zu generisches Worldbuilding, aber was sehr, sehr gut funktioniert, ist einfach der Flavor und die Mechanismen und wie es ineinander greift, irgendwie mit dem, was an Welt da ist, auch wenn's generisch ist, äh, sei dahingestellt, aber es greift sehr gut ineinander und es strotzt vor Flavor. Die Flavorwords haben wir erwähnt, die Gewölbe finde ich ganz klasse und das Würfeln ist ganz toll und es ist so, als hätte Magic dieses Set gebraucht, um sich auf seine eigenen Wurzeln zu besinnen, um zu erkennen, was man damals vergessen hat, um es jetzt wieder mit einzupflegen und vielleicht auch weiter mitzunehmen, ja, also wenn jetzt Würfeln einfach erlaubt ist in Magic, dann finde ich das eine sehr, sehr coole Sache, weil mir das sehr, sehr viel Spaß macht und wenn jetzt weiterhin Instance mit situativen Titeln, situative Titel bekommen, dann finde ich das sehr, sehr cool und wenn Flavorwords weiterhin in Dingen bleiben, dann ist Magic mit diesem Set aus meiner Sicht und aus einer Tasty-Sicht gewachsen und zu einem besseren Spiel geworden und das finde ich richtig, richtig geil. Ja, also vergeigt es nicht. Ihr habt eine zweite Gewürfelt. Vergesst nicht wieder, was ihr gerade getan habt. Ja, also guck. Vergesst es einfach nicht wieder. Das ist geil. Und ja, vielleicht auch nochmal mein Aufruf, wenn ihr, wenn ihr an dieser Umfrage teilnehmt, die Wizzards immer macht, macht es wirklich, die hat, glaube ich, einen größeren Einfluss als wir alle denken. Also bewertet dieses Set, schreibt ihnen, was ihr davon haltet und sagt ihnen auch, was euch nicht gefallen hat, aber natürlich auch, was euch gefallen hat. So, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu dem, was uns richtig gut gefallen hat, nämlich zu unserer, zu unserer Preisverleihung. Boom! Bin ich wirklich gespannt. Geist. Ich auch. Ich habe keine Ahnung, was du gewählt hast. Ich freue mich tierisch drauf. Wollen wir, wir haben uns ja ein paar Notizen gemacht, wollen wir das einfach in der Reihenfolge durchgehen, in der du es schon notiert hast? Sehr gerne. Dann wäre als erstes dran, der Flavor Win. Und als erster du, der den Flavor Win vorstellen darf. Oh, klasse. Mein Flavor Win. Für mich die Karte, die den schönsten Flavor hat in diesem Set oder der, der sich mir am besten erschließt. D&D-Fans werden vielleicht andere Karten, wo sie bekannte Charaktere drauf entdecken, ausgewählt haben. Aber für mich ist es was ganz, ganz Einfaches, nämlich 15 Meter Seil. 50 Feet of Rope. Das finde ich ganz, ganz toll. Das ist ein Artefakt. Ankommen ist das. Heißt 15 Meter Seil. Kostet 1. Und hat quasi 3 aktivierte Fähigkeiten, die jeweils mit einem Flavor Word versehen sind. Und die Flavor Words sind drüber klettern. Klar, mit einem Seil kann ich klettern. Fesseln. Klar, mit einem Seil kann ich jemanden fesseln. Und abseilen. Klar, mit einem Seil kann ich mich irgendwo runter in einen Gewölbewagen, in einen Dungeon ziehen. Also, was macht das drüber klettern? Tap. Eine Mauer deiner Wahl kann in diesem Zug nicht blocken. Das ist großartig. Ich weiß gar nicht, wie viele Mauern es in diesem Set gibt, aber nicht genügend, damit diese Karte im Limited relevant ist oder diese Fähigkeit im Limited relevant ist. Das ist einfach nur fit in Flavor. Dann fesseln. 3 Mana, 3 generische Mana. Tap. Eine Kreatur deiner Wahl enttappt nicht, während des nächsten Enttapp-Segments ihres Beherrschers. Ja, ich habe sie quasi wirklich gebunden, gefesselt für eine Runde. Und abseilen ist 4 Mana Tap. Wage dich ins Gewölbe. Aktiviere diese Fähigkeit. Wie eine Hexerei. Ähm, cool. Musste ich immer wieder mit jeder einzelnen Zeile schmunzeln. Fand ich richtig cool. Es gibt noch viele andere Karten, die ich geil fand. Was war das andere? Die Tür eintreten oder irgendwie sowas? Da komme ich gleich dazu. Da komme ich gleich dazu. Ach wirklich? Ja, wirklich. Ich wollte nichts vorwegnehmen. Dann mach du gern weiter. Also, mein Flavor Win. 15 Meter Seil. Ja, Entschuldigung, dass ich dieses unterbrechen musste. Also, 15 Meter Seil war tatsächlich auch die Karte, die ich als zweites genommen habe. Und ich habe jetzt wahrscheinlich die genommen, die du als erstes wahrscheinlich, äh, oder als zweites genommen hast, nämlich die Türe eintreten. Ach wirklich? Hast du? Habe ich, ja. Ja, genau. Das war meine Nummer zwei. Ernsthaft. Ja, und bei mir war es genau andersrum, ähm, weil es nämlich genau diese gleichen, äh, diese gleichen, äh, Emotionen bei mir ausgelöst hat, weil ich dachte, ja, das ist alles nicht so geil, was da draufsteht, aber die Geschichte dieser Karte, die ist richtig gut. Also, die Karte ist, ähm, kostet auch ein Mana, ein Rotes in dem Fall, heißt, äh, Türe eintreten, Kick in the Door. Und es ist eine Hexerei und was macht die? Also, wie gesagt, die macht eine Menge Quatsch. Und ich weiß auch nicht, ob die gut ist. Da zählt's. Los, 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 komm. Also, du legst einen Plus-Eins-Plus-Eins, äh, eine Plus-Eins-Plus-Eins-Marke auf eine Kreatur deiner Wahl. Dann kriegt diese Kreatur Eile bis zum Ende des Zuges und kann von Wänden nicht geblockt werden. Von Mauern, ja. Und du wagst, äh, von Mauern, und du wagst dich ins Gewölbe. Also, klasse. Du, du machst die Kreatur so ein bisschen stärker, dann nimmt die Anlauf, haut die Wand, äh, haut die Wand ein, also, äh, haut die Tür aus der Wand, damit sie ins Gewölbe runter kann. Also, ganz toll. Wie gesagt, alles ein bisschen quatschig, ich weiß nicht so richtig, wann das situativ mal gut ist. Aber die Geschichte und die Illustration, ähm, in dem Fall von Justine Cruz, ist wirklich phänomenal. Also, dieses Türe-Eintreten ist hier perfekt wiedergegeben. Ah ja, genau, 15 Meter Seil, Illustration von Andrew Marr. Ich hab kurz überlegt, ob ich dem, ob ich dem 15 Meter Seil einen Minuspunkt geben sollte, weil es keine Ausrüstung ist. Weil ein Seil ist ja sozusagen eine Ausrüstung, aber dann dachte ich, nee, komm, ich find die trotzdem so gut, ähm, 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 das mach ich, weil das dachte ich kurz, wenn, ich dachte kurz deswegen sozusagen, dass die Türe eintreten, ähm, zu meinem Flavor Wind zu machen. Aber ich bin sehr froh, dass es jetzt so gekommen ist, dass wir beide Karten erwähnen konnten. Ich bin auch sehr froh, also ein 15 Meter Seil war wirklich direkt hinter der Tür. Super! Auch dieser Satz ergibt Sinn. Dann würde ich sagen, auf geht's zu unserem Flavor Fail, Martin, bitte fang du doch an. Ja, ähm, ich hab hier eine Gruppe von Karten ausgewählt, äh, die auch nochmal oben zu dem Worldbuilding-Thema passen. Und zwar hab ich ausgewählt alle, in Anführungszeichen, Planeswalker aus diesem Set, die so ein bisschen mein Flavor Fail sind. Ähm, es gibt, es gibt für jede Farbe gibt's einen Planeswalker, der aber kein Planeswalker ist. Es sind einfach legendäre Kreaturen aus den vergessenen Reichen, also, äh, der Blaue ist zum Beispiel Mordenkainen. Dann, äh, die Grüne ist Elivik-Tumblestrum, äh, Purzelklimper im Deutschen. Sehr schön. Ja, super schön. Diese 90er-Jahre-Übersetzungen, äh, sehr gut mit rübergenommen. Und so gibt's halt für jede Farbe gibt's eine Karte, die dann eben Planeswalker-Fähigkeiten hat, aber es sind eben keine Planeswalker. Und die wandeln jetzt auch nicht von Welt zu Welt und wir werden Mordenkainen nie in, äh, äh, unserem nächsten Besuch in Strixhaven sehen, vermutlich. Und das meinte ich ja oben auch, da, da, da knirscht's so ein bisschen, wenn man dieses Universus Beyond auf Magic anwendet, weil, ja, Planeswalker will man in jedem Set haben. Jetzt gab's hier nicht so richtig welche, sondern dann nehmen wir einfach irgendwelche legendären Kreaturen und die sind jetzt unsere, in Anführungszeichen, Planeswalker. Und das ist für mich halt, äh, ein Flavor-Fail, ganz, ganz klar an der Stelle. Ja, ist mir gar nicht so bewusst gewesen, aber du hast natürlich recht. Klar. Ja, schade, also coole Kreaturen, aber ich dachte schon, wo ich die gelesen hab, da ist super, äh, Planeswalker, neue Planeswalker, sehen wir die jetzt öfter, aber nee, also wirklich so, äh, einmal, einmal One-Shot. Und stell dir vor, dann, ich muss grad wieder an Universus Beyond denken, wenn dann irgend so ein Warhammer-40k-Ding ein Planeswalker ist, der dann halt nach Strixhaven walkt, oder nach einem Color-Dash-Bit sich auf der großen Messe auftaucht. Es macht so ein bisschen die Illusion von Magic kaputt und da, da hab ich's wirklich ganz doll gespürt, was, was halt schiefgehen kann bei Magic, wenn du einfach nur die, die Mechanismen mit anderen, mit anderen Marken füllst. Alrighty, dann komm ich zu meinem Flavor-Fail. Und mein Flavor-Fail ist tatsächlich auch ein Sammel-Ding, denn ich hab keine einzelne Karte gefunden, die ich jetzt, wo ich jetzt gedacht hatte, das geht irgendwie überhaupt nicht, was hier erzählt wird oder so, nein, und zwar, äh, wir haben ein Set voller Equipment, ja, und dieses Equipment, das verteilt diverse Bonny. Nun kennen wir es natürlich über verschiedene Magic-Sets hinweg, geben unterschiedliche Equipments unterschiedliche Bonny, mehr Stärke, mehr Widerstandskraft, was auch immer. Und das ist manchmal nicht so richtig im Verhältnis zueinander. Aber was ich erwarte ist, dass die Bonny, die verteilt werden, zumindest innerhalb eines Sets Sinn machen. Also wir haben zum Beispiel, so Baseline ist der Reserve-Dolch, der Spare-Dagger, der gibt plus eins, plus null. Ich betrachte jetzt erstmal, ich betrachte nur die Stärke und Widerstandskraft, die hier gegeben wird. Und zwar nur, wenn nur Stärke und Widerstandskraft gegeben wird, manchmal gibt's noch zusätzliche Bonny, aber auf die geh ich jetzt nicht näher ein. Also der Reserve-Dolch gibt plus eins, plus null. Ein Stärke mehr, keine Widerstandskraft mehr. Dann haben wir die, ähm, Lederrüstung, die Leather-Armor, die gibt plus null, plus eins. Ist eine einfache, ähm, eine einfache Rüstung quasi, ne. Zum Reserve-Dolch, ne, der plus eins, plus null gibt, kann man noch erwähnen, dass die Schwerter, die sind stärker, die geben plus zwei, plus null. Oder plus zwei, plus eins. Ne, das macht total Sinn. Bis hier macht alles Sinn. So, ja, bis hier macht alles Sinn. Und dann gibt's die Fackel des Erforschers. Das ist vielleicht, wenn ich eine Karte benennen möchte, die müsste, die ein Flavor-Fail ist, mein Flavor-Fail, die Delvers-Torch. Denn die gibt plus eins, plus eins. Ja. Es ist eine Fackel, die dir Widerstandskraft gibt und die dir mehr Power gibt. Macht für mich keinen richtigen Sinn. Die macht was hell, ja, es ist zwar auf der Karte ein schöner Flavor-Text irgendwie drauf mit, wenn man keine Dunkelsicht hat und sowas, braucht man irgendwie die Fackel und sowas. Schön wäre, hätte ich vielleicht noch irgendwas mit Hellsicht gefunden, ja. Ähm, auch wenn's vielleicht nur so minimal gepasst hätte. Noch zum Vergleich, der Goblin Morgenstern, der Goblin Morningstar gibt plus eins, plus null. Auch der ist schwächer als eine Fackel, ja. Ist aber aus Metall und hat Spitzen an seiner Kugel oben dran. Und dann gibt's noch die Stiefel der Geschwindigkeit. Auch die geben plus eins, plus null, ja. Die Boots of Speed. Wieder Dolch. Also hier finde ich, genau, so wie der Dolch, ja. Also hier sind Stiefel, die sind so stark wie ein Dolch, den man werfen kann und den man auch flavormäßig werfen kann tatsächlich. Ich finde, das passt alles nicht so richtig zusammen. Und ja, man kann hier irgendwie, ne, sagen, und mich hat's gestört. Deswegen ist das, diese Bonny, die hier verteilt werden, mein Flavor-Fail. Und jetzt noch in Klammern, es ist natürlich auch nicht leicht, wenn man nur ein Stud, ein Power, ein Toughness vergeben kann, ne. Dann auch Artefakte müssen ja auch relevant sein. Und das sind sie in diesem Set glücklicherweise. Nur passt halt der Flavor untereinander meines Erachtens nicht so richtig zueinander. Aber witzigerweise ist dadurch die Fackel wirklich eines der besten, ähm, äh, Ausrüstungsgegenstände. Es gibt, glaube ich, noch so eine, es gibt noch so eine Metallrüstung, die macht plus drei, plus drei. Die ist, glaube ich, ganz gut. Die ist, glaube ich, ganz gut. Ja, schön. Oder auch nicht, in dem Fall, dein Flavor-Fail. Kommen wir zur Übersetzungs-Win. Kannst gleich weitermachen. Was ist denn die beste oder gelungenste Übersetzung aus deiner Sicht? Die gelungenste Übersetzung aus meiner Sicht ist, ähm, ein Dungeon. Und zwar das Verlies des wahnsinnigen Magiers. Das heißt im Original Dungeon of the Mad Mage. Und im Original gibt es hier offenbar einen kleinen Fehler, der passiert ist, ja. Denn das, äh, das Dungeon heißt Dungeon of the Mad Mage. Und wenn man auf die letzte Ebene hinabgestiegen ist, dieses Dungeons, dann kommt man in den Mad Wizards Lair, also in den Unterschlupf des, ja, wahnsinnigen Zauberers, wenn man so will. Aber wir haben quasi im Titel den Mage und unten den Wizard. Und das ist, glaube ich, so nicht gewollt. Und im Deutschen wurde das korrigiert. Und die Karte damit, finde ich, schlüssiger gemacht ist das Verlies des wahnsinnigen Magiers. Und auf der letzten Stufe befinden wir uns im Unterschlupf des wahnsinnigen Magiers. Das ist richtig. Das ist schön gemacht. Und deswegen ist das für mich die beste Übersetzung. Denn die macht tatsächlich sogar was meines Erachtens besser als im Original. Ich hätte es auch schön gefunden, wenn dir der letzte Raum hätte dann Secret Layer geheißen. Und der macht einfach, dass alle deine Commons zehnmal am Mehrkosten. Ja, das finde ich großartig. Dann wäre es ein Flavor-Win auch. Nee, aber schön. Martin, was ist denn deine, was ist denn die aus deiner Sicht gelungenste Übersetzung? Ich habe mir tatsächlich jetzt alle Flavor-Texte angeguckt und durchgelesen und ich habe einen Flavor-Text ausgewählt. Das ist wirklich nur eine kleine Kleinigkeit, die im Deutschen besser gelöst ist als im Englischen. Und zwar ist das auf der Karte abgebrühte Söldnerin, beziehungsweise Jaded Cellsword. Und da sieht man eben diese Drachenkriegerin, die da in der Taverne sitzt und die man dann auch später auf vielen Karten sieht, wenn sie dann mit der Heldengruppe loszieht. Und sie sitzt da so ein bisschen reserviert da und guckt einem so fordernd an, wie sie da an ihrem Tisch sitzt und sagt im Englischen, today, that'll cost you extra. Und im Deutschen kommt nochmal durch die Übersetzung ein bisschen ein anderer Ton rein. Da sagt sie nämlich, heute noch, das kostet extra. Also dieses heute noch, da schwingt für mich schon so mit, da hat jemand gefragt, lass uns heute noch aufbrechen zum Abenteuer. Und dann sagt sie eben, heute noch. Und da kommt irgendwie so, dieser Aufbruch schwingt da schon so mit. Und das klappt für mich im Englischen nicht so sehr. Und ist auch überhaupt sonst eine ganz tolle Karte. Also diese Erwartungshaltung, wie man da in der Taverne sitzt, wo dann wirklich ganz viele Rollenspiel-Abenteuer mal anfangen in der Taverne. Und wo man sich dann die Gruppe zusammensucht und sich zusammenfindet. Und dann geht's los und vielleicht auch ein bisschen Widerwillen zieht sie dann so mit. Also das ist mein Flavor, diese Karte und vor allem diese Kleinigkeit in der deutschen Übersetzung. Sehr schön. Was hat sie denn da gegessen in der Illustration? Da liegt auf jeden Fall noch ein Kantenbrot. Also entweder sie hat da gerade ein halbes Brot gegessen und wäre die erste Drachen, die ich kenne, die Brot isst. Oder sie hat das Brot verschmäht und liegen lassen. Das bleibt unsere Fantasie überlassen, glaube ich. Ja, ich glaube, in den Tavernen gibt es immer nicht so ausgefeilte Nahrung, wie wir es gewohnt sind in unserem Podcast. Da gibt es, glaube ich, immer so einen relativ generischen Eintopf und ein Stück Brot dazu. Ja, kommen wir weiter. Was haben wir denn noch offen? Wir haben noch offen. Die Übersetzung, die wir am wenigsten gelungen finden, Martin. Was ist die denn für dich? Das, jetzt habe ich mich bei dir mal bedient und habe auch noch so einen Trostpreis zu vergeben, bevor ich dazu komme, was ich gut fand. Mein Trostpreis ist der Hulking Bugbear im Deutschen, der kolossale Grottenschrat. Man muss dazu sagen, bei vielen Karten, die wir vielleicht als Übersetzungsfail ansehen, sind es einfach Übersetzungen aus der Dungeons & Dragons Welt, die schon ewig rumgeistern im Regelwerk. Das heißt, ein Bugbear ist tatsächlich ein Grottenschrat. Und ich fand aber, ich habe mal geguckt, was denn wie Bugbear noch übersetzt wird. Und ich habe das schöne alte deutsche Wort gefunden, Popanz. Popanz steht für Kinderschreck, Schreckbild, Schreckgespenst. Ernsthaft? Ja. Und ich hätte es richtig geil gefunden, wenn es damals auch schon bei Dungeons & Dragons kolossaler Popanz geheißen hätte. Mehrzahl übrigens Popanze. Und ich finde es geil. Die Popanz, so schön. Ein Popanz greift dich an. Nee, also das ist es nicht geworden. Aber ich werde es auf jeden Fall immer als Popanz tätulieren, weil ich das ein geiles Wort finde. Wir tanzen den Popanz. Entschuldigung. Das war jetzt nicht klasse, aber eine gute Überleitung, weil ich finde, diese Klasse-Karten sind schlecht übersetzt. Und zwar einfach nur der Begriff im Deutschen. Es heißt halt immer, Klasse der Krieger, Klasse der Kleriker, Klasse der Paladine, Klasse der Mönche. Das klingt, als hätten wir Strixhaven nie verlassen. Sondern es würden immer alle zur Schule gehen. Und ich weiß, es ist schwierig zu übersetzen, aber ich hätte jetzt auch Druiden-Klasse, wäre vielleicht auch ein bisschen albern gewesen. Klingt dann wieder so, ja, die Igel-Klasse geht schon mal raus zum Spielen. Ja, das stimmt. Das stimmt, genau. Ich beneide die nicht, die das übersetzen mussten. Ich finde es einfach, wo ich es gelesen habe, dachte ich, Klasse der Mönche, super. Da gab es nicht viel andere Auswahlmöglichkeiten. Ich weiß genau, was du meinst, aber ich weiß auch, dass es hier keine anderen Möglichkeiten gab, diese Dinger irgendwie zu benennen. Oder ich spiele hier Klasse, der Krieger. Na Mensch, Klasse, der Krieger. Naja, also, ja. Haltstrick im Deutschen definitiv. Haltstrick im Deutschen konnte man nicht anders lösen, aber zeigt auch, ich habe so ein bisschen graben müssen, damit ich was finde, was schlecht übersetzt war. Und jetzt keine Übersetzung war aus Dungeons & Dragons, die schiefgegangen ist. Wie zum Beispiel, ja, mach du das mal, dann kann ich am Schluss noch mal was sagen. Wie zum Beispiel die Tasche des Tragens. Nee, die war's nicht. Das ist mein Übersetzungsfail aus diesem Set. Nun ist es aber so, und das muss man dazu sagen, die Tasche des Tragens ist keine Karte, die zum ersten Mal erscheint, sondern das ist ein Reprint. Die Tasche des Tragens ist, die kostet ein Mana, ist ein Artefakt. Und, ja, im übertragenen Sinne, man kann da Karten reinpacken, die man sich irgendwann wieder nehmen kann. So, mal zusammengefasst. Tasche des Tragens klingt denkbar seltsam, ja. Das ist im Original der Bag of Holding. Und der Bag of Holding in der D&D-Welt heißt im Deutschen der nimmervolle Beutel. Ah. Nimmervoller Beutel. Wunderschön, ne? Klassik. Und wurde diese Karte halt, wie ich schon sagte, zum ersten Mal gedruckt. Nicht in diesem Set, wo man sich die Übersetzung hätte wählen können, sondern bereits im Core-Set 2020. Da wurde die Karte das erste Mal gedruckt. Und dort hat man sie, vielleicht wusste man bei Wizards schon, wir machen bald das D&D-Set. Wir benennen hier schon mal eine Karte, die wir dann später auflösen, dass sie halt auch im D&D-Set erscheint. Wir benennen die schon mal Bag of Holding. Die ÜbersetzerInnen wussten das nicht und haben sie auch noch ungeschickt, meines Erachtens, als Tasche des Tragens übersetzt. Ja. Als würde diese Tasche besonders gut dadurch sein, dass man sie tragen kann. Das stimmt jedoch nicht, ja. Die Tasche ist deswegen so toll, weil man sehr, 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 sehr viel damit tragen kann. Achso, ja, hol die. So ein bisschen wie der Sack von Mary Poppins, wo unendlich viel reinpasst. Genau. Und ich habe auch einen tollen Twitter-Beitrag gelesen, wo jemand das moniert. Sonst wäre es mir als Nicht-D&D-Spieler, wäre mir die Karte aufgefallen, dass die komisch benannt wurde. Aber nicht, dass auch andere D&D-Spieler das vermissen. Und genau, einfach weil ich das gesehen habe, dass viele eben die Übersetzung in diesem Fall tatsächlich vermissen. Eben den nimmervollen Beutel, was eine wunderschöne Magic-Karte gewesen wäre. Vom Titel, vom Namen her, ist das mein Übersetzungs-Fail. Und sie kriegt von mir einen Erata. Immer wenn ich diese Karte spielen werde, werde ich sagen, ich tappe einen Mana und spiele den nimmervollen Beutel. Und ich bitte euch, das ebenfalls zu tun. Das mache ich auf jeden Fall. Und es ist auch ein tolles Beispiel nochmal, wie halt dieses Universus Beyond an die Grenzen kommt. Also ich hatte ja noch ein Beispiel rausgesucht, das ich jetzt nicht verwendet habe. Die Bulette, diese Kreatur, die im Deutschen aus dem Regelwerk Landhai heißt, ist halt im Deutschen ein Biest und kein Biest-Shark. Obwohl es den Kreaturen-Typ Shark gäbe. Und ich glaube, da achtet Wizards bei ihren eigenen Karten schon stärker drauf, dass eben auch die Übersetzung möglich ist, dass die Kreaturen-Typen zum Namen passen oder nicht so Eigennamen wie Bulette in allen anderen Sprachen, was komplett anderes bedeuten. Da kommt es eben an die Grenzen. Und das merkt man eben auch, wie du bei deinem Beispiel hier mit dem nimmervollen Beutel. Womöglich gibt es noch andere, die wir hier in der Form nicht erkannt haben. Aber ja, das ist ja hier auch nochmal ein zusätzlicher Fallstrick, weil wir eben uns in Magic sich schon lange durch die D&D-Welt, wenn man so will, hindurch bewegt. Aber jetzt das erste Mal sozusagen offiziell in der D&D-Welt angekommen ist. Dann machen wir noch was Schönes zum Abschluss. Und zwar den Silbernen Tasty verleihen wir ja immer gerne. Also unsere schönste Illustration für das Set. Und da gebe ich dir den ersten Schritt. Jawohl. Also ich gebe ein Silbernen Tasty diesmal nicht für eine einzelne Illustration, sondern für eine Illustratorin, eine Künstlerin. Und zwar Justine Jones. Justine Jones hat acht Illustrationen beigesteuert für dieses Set. Ja, wahnsinnige acht Illustrationen und zwar für diese, ja, Special Frame Karten. Und zwar die, die sozusagen an die alten D&D-Bücher angelehnt sind. Diese Karten zeichnen sich dadurch aus, dass sie wirklich seltsam aussehen. Wie soll ich das beschreiben? Also als wären diese Karten der Hintergrund ist so ein gelbes, vergilbtes Pergament. Die haben keinen, ja, farbpassenden Rahmen, wie wir das so kennen von den anderen Magic Karten, wo wir gleich sehen können, das ist eine blaue Karte, das ist eine rote Karte, das ist eine irgendwas Karte. Sondern die haben einfach nur schwarzen Text mit ganz, ganz wenigen grafischen Elementen aufgebracht. Die, und das, die Mana-Symbole, die sind natürlich farbig. Aber was diesen, was diese Karten besonders macht, die haben eben Tuschezeichnungen, ja, solche Ink-Sketches darauf. Und die sind gerade von Justine Jones extrem cool. Wir kennen Justine Jones bereits von drei anderen Karten, die sie gezeichnet hat. Und zwar für das eins der allerersten Secret Lair, die rausgekommen sind. Für den Reaper King, den Sliver Overlord und den Ur-Dragon. Weiß nicht, ob ihr euch an die noch erinnern könnt. Und die waren, wie hieß das, Prismatic, ne, oder irgendwie sowas, oder Kaleidoscope Killers oder irgendwie sowas, ja. Irgendwie sowas. Ja, keine Ahnung, ja. Aber Kaleidoscope irgendwas. Also fünf farbige Karten, die sie illustriert hat, die ich damals schon abgefeiert habe. Ich habe auch dieses Secret Lair damals geholt und habe auch den Ur-Dragon als einen Commander. Und die sind eben auch in Tusche gezeichnet und farbig noch ganz, ganz toll koloriert worden. Und im Dungeon & Dragons Set haben diese Tuschezeichnungen nur einen farbigen Hintergrund, passend zur Farbidentität dieser Karte. Also die grünen Karten haben einen knallgrünen Hintergrund, einfarbig, ohne Struktur. Die mehrfarbigen Karten sind golden, die blauen blau und so weiter. Und hier kommen diese wunderbaren Tuschezeichnungen raus. Ich bin ein Freund dieser Tuschezeichnungen. Ich habe ja schon im Kaltheim-Set Tuschezeichnungen, die ganz, ganz minimal mit roter Tusche dann koloriert war, zu meinem silbernen Tasty verliehen. Und auch hier wieder merke ich, das ist ganz, ganz toll. Das tut Magic irgendwie gut. Das passt sehr, sehr gut zu diesen Frames. Und Justine Jones ist eine ganz, ganz tolle Künstlerin. Die mit sehr, sehr vielen Details, die mehr tun, als für die Größe der Karte notwendig ist, arbeitet. Das kann man auch meines Erachtens ein bisschen im Vergleich zu den anderen Tuschezeichnungen sehen, die es gibt. Die stechen für mich total raus. Also sie hat zum Beispiel illustriert den Baleful Beholder, Xhorn, den Mind Flayer, Salto, Firegiant Duke, den Lurking Roper, The Tarrasque, Shesra, Death Whisper und den Iron Golem. Und toll, ganz, ganz großartig. Das sind Karten, die ja sehr ungewöhnlich sind für so ein Magic-Set, aber sie haben für mich so gut funktioniert zu dem, was es hier passt. Und ich bin wieder so froh, dass die Art Directors es geschafft haben, diese Illustratoren, ja, mit ihrem Stil wieder in ein Magic-Set einzubauen, was kein Secret Lear ist, sondern ein, ja, reguläres Magic-Set. Und was wieder mal die Stärke dieser Special-Frame-Karten zeigt, hinsichtlich der Illustration. Also toll, dafür gibt es von mir einen Silbernen Tasty für Justine Jones und ihre Illustrationen für dieses Set. Richtig verdient und ganz toll ja auch, weil sich das an diesem Handbuch der Monster orientiert, also diesem riesen Nachschlagewerk, mit dem er seine Dungeons & Dragons-Runden bestreitet, wo dann eben auch dieser Stil gepflegt wird und wo man dann die Monster einzeln nachgucken kann. Und da orientiert sich das dran und es passt einfach sehr gut und ist eine schöne Idee für diese Special-Frames in diesem Set. Ja, ich habe auch eine Serie von Karten ausgewählt und ich habe auch nochmal einen Ehrenpreis, einen Trostpreis, sagen wir mal, für diese Verleihung. Erstmal an Anna Steinbauer für den Schwarzstab von Tiefwasser. Ich finde ihre Illustration einfach toll und sie hat auch Elliewick Purzelklimper illustriert und das sind einfach wie immer sehr starke Frauenfiguren und finde ich ganz, ganz toll. Und der Schwarzstab von Tiefwasser ist eben nicht nur der Stab, sondern ist auch die Trägerin, die hier wichtig ist. Also guckt euch auf jeden Fall diese Illustration an und Anna Steinbauer gefällt mir richtig, richtig gut mit dem, was sie für Magic abliefert. Und ich sage mal so, es hat das schöne Flavor-Word hier, ich habe es gerade nur auf Englisch vor mir, Any Made Walking Statue. Finde die Walking Statue in der Illustration. Mehr sage ich nicht. Ist sie das? Ist das die? Ah ne, die ist da hinten. Ah, Wahnsinn. Oh toll. Ja, richtig gut, richtig gut. Also guckt euch diese Karte an. Ja, und mein eigentlicher Gewinner ist aber Soltan Boros, also auch jemand, den wir schon ganz lange kennen von Magic. Ja. Und der hat hier sieben Karten illustriert für dieses Set. Unter anderem auch mehrere Karten mit dieser Heldentruppe, die wir immer wieder mal sehen auf einzelnen Karten in verschiedenen Situationen. Nicht alle hat er gezeichnet, aber er hat hier eben mehrmals diese Heldengruppe gezeichnet, die halt auch so charakteristisch ist für diesen Ausflug in den Dungeons, wo du mit deinen Freunden in der D&D-Runde unterwegs bist. Er hat auch, ja, den magischen Schlaf nochmal illustriert. Er hat den Halbelfmönch illustriert, den raffinierten Beschwörer und dann eben so Karten wie Teilung der Heldengruppe auf Fallen prüfen. Ihr trefft euch in einer Taverne. Also wenn ich eine Karte auswählen müsste, die für mich dieses Set zusammenfasst illustrativ, dann ist es, ihr trefft euch in einer Taverne. Also da geht's los, da werden die Pläne geschmiedet, da finden sich alle zusammen. Die kleine Halbelfin oder Zwergin sitzt auf dem Tisch, die große Drachenkriegerin macht schon mal einen Plan und die anderen beiden hören gespannt zu. Also Soltan Boros wirklich ganz, ganz toll illustriert. Und ich hab jetzt bei der Recherche auch rausgefunden und deswegen kam er mir auch so bekannt vor schon ganz, ganz lange, er illustriert auch sehr viel für Hearthstone, was ich auch eine Zeit lang sehr intensiv gespielt habe. Und da ist ja dieser Comic-Look ja so ein bisschen stärker ausgeprägt als bei Magic. Ich find seine Art zu zeichnen wirklich sehr charmant, sehr knuffig, passt nicht für jedes Set. Ich finde hier trägt's zu dieser Stimmung bei, also diese heitere Runde, wir brechen auf in den Dungeon und dieses Nostalgiegefühl sehr schön. Also Soltan Boros in dem Fall auch für die große Menge an Karten, die er illustriert hat, kriegt für mir den silbernen Tasty. Hat ja auch Check for Traps, ne, nach Fallenzüchern gemacht, auch eine Karte, die in den oberen Rängen für den Flavor-Win bei mir arrangierte. Ja, das ist wirklich eine tolle Karte und ja, auch wie man die immer wieder sieht, diese Heldengruppe, find ich auch ganz schön. Also sucht mal auf den Karten, wo ihr diese vier Abenteurer findet oder Abenteurerinnen. Cool, herzlichen Glückwunsch. Ja, dann sind wir durch mit unserer Preisverleihung und dem Set-Review. Bleibt uns eigentlich nur noch einen Nachspeise zu nehmen und ich würde sagen, wir nehmen einen erfrischenden Heiltrank. Hau rein. Ja, ich wollte zur Nachspeise nochmal ganz kurz auf die Ursprünge dieses Sets hinweisen und dich vielleicht auch nochmal ein bisschen interviewen. Welche Ursprünge? Ja, das Rollenspiel. Ach, richtig, richtig, stimmt. Entschuldigung. Denn ich habe ja erzählt, ich spiele ein bisschen Rollenspiel. Ich habe auch schon mal ein Abenteuer selber geschrieben, das nicht im Dungeons & Dragons Universum spielt. Ich habe jetzt während der Pandemie, haben wir sehr viel mit Freunden uns in London bewegt und haben dort als Brüder im Geiste von Sherlock Holmes und Schwestern im Geiste von Sherlock Holmes verdingt und Verbrechen aufgeklärt. Das ist ein sehr einfaches Regelwerk, wo man nicht so viel auswürfeln muss und einfach so eine Geschichte verfolgt. Das fand ich toll. Ja, Geist, du hast jetzt noch gar keine Erfahrung mit Rollenspiel, aber vielleicht habt ihr Hörerinnen und Hörer ja Erfahrung. Nicht wirklich. Und schreibt uns doch mal, was ihr so als Einstieg empfehlen könnt. Was macht euch Spaß und was spielt ihr gerne? Ich weiß nicht, was hat dich denn abgeschreckt immer? War es die Zeit, die du investieren musst? War Magic einfach zu mächtig? Nein, abgeschreckt hat mich, ja, das ist eh ein Grund für viele Dinge. In meinem Leben, die jetzt so kurz kommen, dass Magic so mächtig ist. Das hat mich überhaupt nichts abgeschreckt. Aber wie es oftmals so ist, wenn in deinem Freundeskreis das niemand macht, dann passiert es nicht. Und so hatte lange Zeit niemand in meinem Freundeskreis Magic gespielt, bis wir selbst irgendwann gesagt haben, nachdem wir sehr, sehr viel Dominion gespielt haben oder von irgendjemandem empfohlen bekommen, probiert doch mal Magic aus. Dann haben wir halt mal Magic probiert und wenn wir das fünf Jahre eher passiert hätten, hätten wir kein Dominion gezockt. So ist es halt manchmal. Und ich habe das große Lust auszuprobieren und ich habe einem guten Freund von uns, dem Alex in der Runde, haben wir zwei Wochen vor dem ersten Corona-Lockdown ein Starterbuch für das schwarze Auge geschenkt. Und mit der Absicht, das quasi gemeinsam zu zocken und dann kam der Lockdown und wir haben es auch während des Lockdowns quasi nicht gemacht. Da wäre doch perfekt die Zeit gewesen eigentlich. Eigentlich schon, aber du wirst es nicht glauben, aber mit dem Lockdown habe ich auch angefangen, noch mehr Magic zu spielen als sonst, mit Technologien wie Spelltable und so weiter. Und dann gab es noch ein paar private Gründe auch, weswegen ich ein bisschen weniger gespielt habe. Genau. Und da war einfach dann weniger Zeit da. Deswegen, naja Martin, ich freue mich drauf, das mit dir jetzt einfach mal gemeinsam ausprobieren zu können und dann mal zu gucken, was das so macht und warum das so viele Leute auf der Welt spielen. Also wir hatten wirklich sehr viel Spaß mit dieser Gruppe, die wir jetzt in der Pandemie gespielt haben. Einmal waren es, glaube ich, sechs Abende, dann nochmal, glaube ich, sechs und einmal fünf. Also es hat uns wirklich lange Zeit durch mehrere Lockdowns getragen und es war immer so ein schöner Rhythmus. Jetzt treffen wir uns heute Abend wieder und mal gucken, ob wir den Fall heute lösen können. Und ja, also wenn ihr da noch Tipps habt und gute Sachen empfehlen könnt, schreibt es uns in die Kommentare. Schreibt uns überhaupt in die Kommentare, wie ihr dieses Crossover von Magic und Rollenspiel, in dem Fall Dungeons & Dragons, findet. Ihr findet uns auf www.tastymtg.de und auf Twitter unter tasty-mtg oder mtg. Ja, das war eine wunderschöne Folge. Eine sehr diskussionsreiche Folge, wie ich finde und viele Sachen muss ich für mich auch selber, glaube ich, noch verhandeln und bin gespannt mit dir in den nächsten Wochen, wenn wir das zocken, bis zum nächsten, also in den nächsten ein, zwei Wochen bis zum nächsten Set quasi über dieses hier zu sprechen. Nee, jetzt sind wir, glaube ich, erstmal ein bisschen weiter verschont. Ich weiß gar nicht genau, wann die ganzen Innistrat-Sets kommen. Da kommen ja dann gleich zwei hintereinander. Ja, das ist ja dann zu unserem Jahresjubiläum. Also dann haben wir ja mit dem Herbst-Set 2020 haben wir ja eingefangen. Und da, aber dazwischen hören wir uns natürlich auch noch. Teilt uns eure Meinung, bleibt mit uns im Gespräch. Wir freuen uns über jeden Kommentar und jede Bewertung auf den einschlägigen Podcatcher-Plattformen. Podcast-Plattformen, bleibt uns gewogen und wir freuen uns extrem darauf, ja, mit euch auf Twitter ein bisschen zu interagieren. Genau, und jetzt wagen wir uns ins Gewölbe. Macht's gut. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020